YouTube, ein neues Backroom-Game mit wunderbaren Menschen, Rhys, Hallöchen! Der Mann ist fähig, und Gnu, die für andere Kompetenzen verantwortlich ist. Und wir spielen heute gemeinsam Backroom Society, ein Spiel, wo man sich eigentlich, eigentlich ist das die offizielle Regel, man darf sich nur über das Pfeifen verständigen. Also eigentlich dürfen wir gar nicht reden, sondern, ja, aber das ist die Regel, eigentlich die ganze Zeit nur so. Nein, das ist ja furchtbar. Aber so spielt man normalerweise dieses Spiel hier. Nein! Also, wir sind hier in den Backroom Societies, das ist eine Gesellschaft, die sich in den Backrooms gebildet hat, weil hier landen ja sehr, sehr viele Leute. Am Anfang war es noch relativ leer, jetzt mittlerweile ist da schon eine kleine Stadt, ein kleines Dorf entstanden. Und wir haben hier die Möglichkeit, über so eine Art Hub-Welt in verschiedene Bereiche des Backrooms einzudringen. Als erstes gehen wir natürlich in den Bereich Null, dafür brauchen wir natürlich so eine Freigabekarte und Items erwerben wir hier bei diesem Händler und wir können hier am schwarzen Brett Aufträge annehmen. Diese Aufträge müssen wir dann in den unterschiedlichen Backroom-Leveln lösen. Die können wir dann hier diesem Mann überschreiben und der gibt uns dafür wiederum Geld und so funktioniert das Ganze. Wir können uns Schlüssel kaufen und hier diese Storages öffnen. Bis jetzt nur eins und zwei, weil Early Access. Und wir haben ein Inventar, das ist das andere. Es ist so ein bisschen Backrooms, trifft auf Minecraft. Wir haben hier einmal die Möglichkeit, auch Sachen zu craften, diverse Dinge wie, keine Ahnung, eine Leiter, eine Taschenlampe, eine Wollmütze, ein Fotoapparat und Drogen oder was auch immer das ist. Und wir können auch Sachen anziehen, Hüte, Anzüge, Rucksack, Kondom, Geldbeutel und irgendwelche Mods für den Anzug. Und unten sieht man dann einmal diese vier Inventarslots. Da sind jetzt im Moment die Aufgaben drin, aber ich glaube, das kann man mal rausnehmen. Und wir haben natürlich auch Stamina und Sanity. Und ja. Alles erklärt. All right. Chillig. Geilo. Ich weiß, dass Kluh eh nicht zugehört hat. Was ich cool finde, in der ersten Aufgabe steht ja, wir müssen einen Smiler fotografieren. Habt ihr einen Fotoapparat? Ich habe nämlich keinen. Nee, aber vielleicht finden wir den drin. Kann ich mir für 100 Groschen ein Fotoapparat holen? Flashlight vielleicht? Wie viel haben wir? Eine 100, ja. Ich kann mir gar nichts holen. Ja. Ich kann mir Streichhölzer, könnte ich mir leisten. Streichhölzer können wir uns kaufen und Spraypaint könnten wir uns kaufen. Und Mandelwasser. Ich würde aber sagen, wir gehen erst mal dry rein, einfach mal ohne ein bisschen zu erfahren, wie es sich so entwickelt, das Ganze. Ich frage mich halt, ob das am Ende so ein Grindy-Game ist, dass du halt immer wieder rein musst, Ressourcen rausholen musst und dir dann halt nach und nach bessere Ausrüstung zusammen craften musst und so weiter. Giesi ist schon rein. Okay, go. So. Giesi ein. Ja klar, die warten ja schon. Die warten ja schon. Wir spielen auch nur Frauen. Diese Dinger, die du von der Wand da, von dieser schwarzen Pinwand da weggenommen hast, ne? Ja. Dass diese Items, wenn du die nimmst, dann hast auch nur du die. Also wir können die dann nicht mehr nehmen quasi. Das heißt, der, die nimmt, der muss dann halt callen, was die Aufgaben sind und so, glaube ich. Okay. Okay, warte mal. Aber ich glaube, ich habe gar nichts mitgenommen, nur die weißen Zettelchen. Genau. Hier liegt... Steht das nicht da drauf? Ah, hier liegt doch alles. Da steht, das heißt hier Smiler drauf, dass wir den fotografieren müssen. Ah, ich sehe jetzt aber nur einen von euch. Wer ist denn das? Craft Leiter. Das bin ich hier. Ja, und wo ist Gnu? Ich springe. Ich springe. Oh, oh, ich bin woanders. Oh, wir können Leiter craften, wie süß. Wir können Leiter craften, aber dafür brauchen wir 15 Holzbretter. Genau, ich habe schon eins gefunden. Smiler. Ich nehme alles mit. Oh Leute, ich will aber zu euch. Ich finde es doof, dass ich gerade nicht bei euch bin. Nimm einfach mal alles mit hier, Reese. Bei Reese muss ich irgendwie an Erdnussbutter denken. Reese? Warum ist es aber? Wie heißt es nochmal, diese kleinen Törtchen da? Ach, wegen Reese's Pieces meinst du? Reese's, genau, ja. Ja, 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 ja. Ich denke mal an Jesus. Alright. Okay, hier sind nochmal Streichhölzer drin. Aber sind wir jetzt, oh, ich habe noch Holzhölzchen. Sind wir überhaupt in den gleichen Backrooms? Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt schon drei Hölzchen. Ich habe noch gar nichts außer ein Brett. Wir brauchen halt 15. Dann müssen wir die zusammenlegen. Was ist das denn? Check, wir können uns so Markierungen machen. Oh, wo? Dass wir zurückfinden oder so. Oh, wie denn? Mit einer Spray-Dose. Mit einem Spray-Paint kannst du das machen. Oh, hier ist ein Verstecker. Leute, ich wäre gern bei euch. Haben wir irgendwas, um ein Brett da runterzureißen? Noch nicht. Wir müssen, glaube ich, erstmal ein bisschen looten. Ich habe gerade auch noch Benzin gefunden. Oh, Leute. Okay, an dem Punkt haben wir uns jetzt alle verloren, glaube ich. Ich renne hier gerade mit meinen Streichhölzern rum. Oh, hier sind ja voll Sachen drin. Ich habe ein Brett gefunden. Die hängen manchmal einfach an den Wänden. Die kannst du einfach nehmen. Hier waren so zugenagelte Türen, aber die kann man irgendwie nicht looten. Oh mein Gott, ist der riesig. Da höre ich jemanden von euch hier? Pfeifen. Hörst du mich? Pfeifen gerade. Ich höre niemanden. Ich höre absolut niemanden. Aber wir sind wahrscheinlich... Oh, doch jetzt. Hast du mich gehört? Ja. Oh, ich habe voll viel Zeug gefunden. Aber seid ihr das überhaupt gewesen? Das hat nur so einmal so Uh-Uh gemacht. Ich höre irgendein Vieh, glaube ich. Oh mein Gott, seid nicht ihr. Ich glaube, das sind nicht ihr. Oh Gott. Was ist das? Oh mein Gott. Es feiert mich das an. Oh mein Gott, das ist ja super schnell. Oh, wie gruselig. Holy shit. Ich werde von riesigen Elefanten gejagt. Oh mein Gott, wie gut. Das ist halt ihr. Alter, das ist krass, dass die Monster auffallen. Wir hatten hier eine Treppe gemalt. Irgendjemand hat hier noch eine Treppe gemalt. Wer war das? Ich glaube, das ist nicht der Lein. Kannst du nicht, wenn du bescheuertest? Oh mein Gott, ich bin so gut wie tot. Das Ding ist super laut. Das terrorisiert mich und will mich töten. Ich bin so gut wie tot. Das hört nicht auf. Wow. Monster am Catcallen, Alter. Alter, ich habe mein ganzes Geld. Ich habe mein ganzes Geld verloren und bin jetzt irgendwo in so einem Efeu-Raum. Ich sammle jetzt einfach die Materialien mal in der Zwischenzeit, aber ich weiß nicht, ob wir sie mal wiederfinden. Oh Gott, ich glaube, wir finden uns nie wieder. Das Ding war ultra laut. Also die Mission hier drin ist auf jeden Fall, diese Leiter zu craften, right? Genau. Das heißt, wenn wir den Ausgang finden. Ich hatte eben gerade eine Route zum Ausgang hin. Okay, wir brauchen 15 Bretter. Ich habe zwei. Ich habe eins. Moment, wer ist das da? Ich höre euch. Ich höre euch. Ich bin's. Ich höre euch. Wo? Warum leuchtest du so? Ach, das ist ein Streichhölz? Wo seid ihr? Oh, hier. Hier. Ich bin... Ja, ja, ja. Oh Gott, mich hat aber gerade was anderes angepfiffen. Oh Gott, Leute, finally. Lasst mal gucken. Ich habe jetzt vier Bretter. Ich habe zwei. Äh, ich habe auch zwei. Hört ihr das? Hört ihr das viel in der Ferne? Nee. Mach mal auf. Ich höre nichts. Ich habe halt 200 verloren. Ich habe jetzt minus 100. Ich bin also... Ich habe Schulden beim Backroader. Das ist sehr schlecht. Ich habe noch eine Batterie. Ich habe ein Seil gefunden. Ich habe Plastik gefunden. Licht und Spray. Ja, dann... Wenn ich... Guck mal, droppt mal eure Bretter. Dann sammle ich hier alle ein. Weil du dann abhaust und es allein lässt in der Leiter bauen. Das ist mein Plan. Das ist die Tarnikot. Er lässt es zurück. Ich werde euch sowas von zurücklassen. Ja, ich kenne da gar nichts. Habt ihr da gepfüffelt? Ich war das ja. Aber es ist schon groß. Ich habe nur zurückge... Oh mein Gott. Wer war das jetzt? Das war ich nicht. Ich laufe da nicht hin, Kies. Aber da gibt es vielleicht Bretter. Latten. Nein. Ich brauche Latten. So, ey. So lange wir zu 13 sind, kann nichts passieren. Oh. Ich höre was. Vorsicht. Wenn dieser Smiler kommt, müsste ich glaube, das Streichholz ausmachen. Ja. Oh Gott, nein! Mann, das stimmt doch nicht so! Oh nein! Ich komme nicht weg! Shit. Ähm... Kann man die runterreißen, diese Bretter? Das ist ein Elefant. Oh mein Gott, wir sind so... Reese? Ich habe kein Sabina mehr. Oh mein Gott, es ist hinter mir. Du musst einen Schrank finden, sonst bist du tot. Und hast Schulden im Backroom. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, mich hat's. Knu, kann man die Bretter irgendwie zerstören? Bro, dieses Bastard-Kind. Nicht pfeifen, ne? Ich habe Schulden beim Backrooms. Mama Backroom, ich will hier Geld. Mama Backroom. Ich warte. Also es heißt quasi, mit Pfeifen können wir uns schon finden, aber es kann uns auch finden. Oh, das war Zufall. Oh, da ist ein Streichholz, Kisi. Wie ein Streichholz. Ah, das hat sich hier gerade hingespawnt. Von wem ist das? Boah, dann will ich das vielleicht. Ich bin gerade noch in diesem Efeu-Raum, ich komme da nicht raus irgendwie. Du musst zu einer Efeu-Wand und F drücken. Ja, I try, aber... Gedrückt halt nicht. Oh, was war das noch? Irgendeine Birne ist geplatzt. Oh, okay, lange gedrückt halt, Nassi. Kisi? Oh, ich habe... Ist das ein Brett? Das ist ein Brett, ich habe ein Brett. Oh, nice. Wir müssen Reezy wieder finden. Ähm... Ja, ich würde euch gerne sagen, wo ich bin, aber kein Plan. Aber ich habe hier... Alter, was ist das denn? Das habe ich schon vorhin gesehen. Oh, echt? Bring mal mit. Wir brauchen dieses. Ja, ich habe ein bisschen so Energy und so. Nice. Energy ist immer gut. Da war ich schon dran an dem Spind. Wie kommen wir denn da hoch? Da habe ich mir auch gedacht. Hier war ich auch schon. Genau. Boah, hier ist aber auch super dark, ne? Ja. Wir sollten auch gucken, dass wir nicht beide immer Feuerzeug anmachen, sondern uns wirklich abwechselnd und Reezy irgendwie finden. Ja, ich komme, wir finden schon. Ich pfeife gerade. Habt ihr geantwortet? Ja. Ja. Okay, dann seid ihr direkt in der Nähe irgendwo. Oh, euch. Aber es war ein hohes Pfeifen, nicht das tiefe Pfeifen. Das war wieder ich. Oh, mein Gott. Was war das denn jetzt schon wieder? Oh, nein, Elefant. Elefant, ich höre ein Elefant. Dann versteck dich. Ja, da kommt es aber in den Arsch. Boah, ich habe kein Stamina. Warum? Trink doch. Wie kann man diese Bretter hier, das muss doch irgendeinen Weg geben, diese Bretter zu vernichten. Ich glaube, wir brauchen irgendwo so eine Art Hammer oder sowas. Hier drüben ist ein Streichholz. Ja, ja, deswegen. Ich sehe die auch die ganze Zeit. Mein Schrank. Ich kann irgendwie nicht rennen. Boah, was ist das denn hier alles? Ist das wieder ein Brett? Eine Batterie? Da kommen wir nicht rein. Genau, da ist immer voll viel drin. Und Glühbirnen. Ach, die Glühbirnen können wir einsetzen oben. Da haben wir wieder Licht. Die, die platzen. Ich brauche jetzt nur noch Gunpowder oder sowas. Dann könnte ich ein Fotoapparat craften. Oh. Dann könnte ich hier ein Fotoapparat bauen. Den Smiler muss es ja auch noch geben. Von denen sollten wir ein Foto machen. Ich war auch in so einem ganz anderen Bereich. Da waren Zeichnungen von Treppen. Hm. Boah, meine Sanity rauscht gerade nach unten. Ich muss unbedingt mal so in Wasser. Hilft das? Ich habe leider, ich habe leider alle Wasser gewastet gerade. Auf dem Fluss von diesem Elefant. Das tut mir leid. Das Wasser bringt, glaube ich, gar keine Stamina. Hier ist wieder ein Brett. Wo? Ich habe ein Brett. Oh, ich habe auch ein Brett. Nice. Wir brauchen irgendwas, womit wir diese Bretter... Hier hat es wieder einen Spind, Gisi. Ja, ich bin dran. Essentiell. Ich habe noch ganz viele Dinge, wenn du brauchst. Ich habe einen Level-2-Pass gefunden. Oh, und eine Batterie. Wofür ist die denn? Damit kannst du... Der Elefant kommt schon wieder. Damit kannst du... Taschenlampen laden. Hm. Das ergibt irgendwie Sinn, ne? Ja. Das ist noch ein Brett. Ja, lass einfach noch mal kurz ein bisschen einfach einzeln looten. Wir müssen halt diese Bretter finden. Da müssen wir aber noch mal den Bereich finden. Da war wirklich so rot gesprayt Treppen. Wenn irgend so ein Bereich... Ja, dies? Ich habe jetzt... Neun. Bretter? Ja, ich habe noch eins. Gib dir eins. Ich habe noch mal zwei. Oh mein Gott, ich höre... Oh Gott! Nimm, Gnu! Scheiße! Ich habe schon Schulden. Bringt mir am Arsch! Oh, hier ist ein Schrank. Gnu, hier wäre ein Schrank. Ihr müsst Ugo bei mir in der Nähe sein, auf jeden Fall. Shit, ich glaube, ich bin tot. Shit, 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 shit. Okay, I'm gonna die. Haha! Ah, ich bin tot! Okay, ich habe nochmal... Ah, ich bin tot! Ich habe nochmal einen Schrank gefunden. Oh, shit. Oh, man. Oh, man. Ich habe jetzt zehn. Das hat wehgetan. Jetzt werden wir hier. Ey, ich habe hier gar keine Orientierung. Boah! Same, same. Aber ich glaube, also, das ist... Noch ein Brett. Ah, Gott. Ich habe leise gemacht. Sorry, es war ein bisschen laut. Okay, ich habe jetzt elf Bretter. Ich kann also bald hier raus. Wenn wir uns finden, hätten wir schon genug. Ja, alle können rausgießen. Jetzt sag ich, du. Ich kann bald hier... Ich schicke Hilfe. Ich werde die Society informieren, dass ihr hier drin gefangen seid. Keine Sorge. Korrekt, Mann. Ich habe noch ein Brett. Nachdem ich mich im Pub gestärkt habe, werde ich Hilfe holen. Ich habe noch ein Brett. Boah, hier ist viel drin. Ich muss aber den Ausgang auch finden. Und euch... Wieso kann ich denn nicht mehr rennen? Plastikobjekte, habe ich gesagt. Wisi, war es auch bei dir so? Was denn? Dass du nach dem Stot nicht rennen konntest? Äh, guck mal, dass du nicht geduckt bist. Weil ich war außerdem geduckt. Ah, das ist mal interessant. Und habe daraufhin meine kompletten Getränke gewasted, weil ich dachte, ich habe irgendwie kein Stamina. Ich habe nur geduckt, aber leider Gottes. Hier sitzt irgendwie ein NPC. Was? Oh, lol, ein Händler. Hier ist einfach ein Händler. Boah, dann könnte ich was verkaufen. Ich bin nämlich randvoll mit Zeug. Ich auch. Ah, nee, aber der... Man kann nur kaufen bei ihm. Man kann eine Kamera kaufen für 200 Münzen. Ja, aber wir haben kein Geld, ne? Trashback, Rope und Axe. Ja, okay, also ich glaube, er bringt uns jetzt gerade nichts. Oh, ein Axe wäre super. Ja, die brauchen wir. Da könnten wir nämlich diese Bretter einschlagen und dahinter ist ja auch nochmal Loot. Aber Axe kostet 650. I guess nach diesem Run gehen wir halt hin und verkaufen mal unseren ganzen Stuff, den wir gefunden haben und... Wenn man den halt verkaufen kann. ...traden uns halt so hoch, glaube ich, ne? Was sind denn die Missionen? Ähm... Foto von dem Smiler machen. Ich brauche... Wir brauchen 30 Plastik. Plastik? Hm, ich hab 13. Plastik hab ich 7. Find and burn an exposed entity nest in Level 0. Acht. Acht Plastik. Wir müssen irgendwas niederburnen. Irgendein Nest. Habt ihr schon Nest gesehen? Ne, zum Glück noch nicht, ehrlich gesagt auch. Ey, das Level ist riesig. Ich hab keine Ahnung, wie ich euch jemals wiederfinden soll. Und ich würd euch auch gern wiederfinden. Hm, vielleicht, wenn einer extracted, werden wir geportet. Glaubst du? Könnte sein. Ich find ja nicht mal mehr diesen Bereich mit den Treppen. Ach stimmt, ich könnt ja auch... Oh, was war das? Oh mein Gott! Oh, Alter, ich scheiß mich ein. Hä, warum? Was ist los? Weil ein Smiler plötzlich hinter mir war und mich gebissen hat. Oh, scheiße. Oh, oh. Ich glaub, hinter mir ist nämlich auch einer, weil ich hab so'n dummen Herzschlag. Oh nein, nicht schon wieder. Ich bin tot. Oh, das gibt's doch nicht. Wie ätzend. Ich bin schon wieder tot. Ah, Knu, die macht Schulden. Oh mein Gott, ey. Kacke. Hey. Gar nicht so einfach. Ich hab jemanden gehört. Ist er echt oder fake? Pfeift jemand von euch? Nein. Ich pfeif nicht, ich pfeif nicht. Also, ich bin so... Ey, wie gestört. Da ist schon wieder gut. Den Spinn fund ich nicht. Du kannst nur in diese Holzschrauben... Oh, die ist leer, die Vorratskiste. Oh, ja, 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 ja. Ich da war zum Glück ein Schrank. Alter, der pfeift ja wirklich, der Rüsselmann. Der mit der dicken Nudel da, du. Der mit der dicken Nudel da. Fuck nicht komplett ab, dieser Typ, Alter. Mich auch. Aber ich find euch nicht. Ja, ich würde sagen, trotzdem beste Taktik. Einfach chaotisch rumrennen, bis einer einen findet. Ja. Ja, wenn ich nur noch einmal diese Treppen finden würde, weil ich hab schon... Ich hab jetzt 13 Bretter. Ich bin so kurz davor zu entkommen. Wir sind kurz davor, meinst du natürlich, ne? Ja. Natürlich, klar. Natürlich. Ich hab wieder ein Brett. Am Ende muss jeder seine eigene Leiter haben. So eine Einwegleiter, die funktioniert nur einmal. Okay, ich bin jetzt in diesem Riesenraum mit den vielen Säulen. Da bin ich auch, da bin ich auch. Pfeifen. Oh, ich hör dich. Pfeif. Ich pfeif. Ich pfeif auch. Ich bin genau in der Mitte von diesen Säulen. Oh, es ist gruselig. Oh nein, gibt's mehrere Räume Säulen. Oh Gott. Hört jemand pfeifen noch? Nee, ich hör euch. Ich pfeif jetzt. Könnt ihr mich hören? Ja, ich hör da jemanden. Oh, ich hab auch... Hier, warte, warte. Pfeif weiter. Ich bin in diesem Säulenraum, wo diese Bretter-Ding ist. Ich auch. Diese Plattform. Ich stehe jetzt direkt unter dieser Bretter-Plattform. Ja, hier, ich hab dich. Okay, jetzt müssen wir noch einen finden. Ich hab auch Elmend. Guck mal, hier ist ja super viel Zeug. Ja, ich hab auch Elmend, wenn ihr braucht. Die klappt sich nicht weg. Dann muss ich nur noch euch finden. Ich schaff das. Guck mal, der ist ja nochmal so eine... Oh, oh, lauf, lauf, lauf. War das fake? Ja, das war fake. Das war tiefer. Oh man. Kann schon raushören, Alter. Ja. Das macht so... Alles klar, das ist ja echt authentisch getroffen. Okay, okay. Guck mal, da hinten ist Licht. Okay, wie viele von diesen Plattformen gibt es denn hier? Hier ist nochmal so ein Pass. Nimm dir mal, Kno. Stufe 2 Pass. Warst du das? Nein, lauf weiter. Moment, du pfeifst nicht. Nein. Ach komm, du. Ich pfeife auch nicht. Kno erzählt wieder Geschichten. Nein, deswegen ist voll gruselig. Irgendwas antworten. Alter, das ist geil gemacht, dass die pfeifen können, die Viecher. Das ist echt geil. Das ist irgendwie super dark, ne? Das ist jetzt in so einer Art dark area. Ah, das sind die Glühbirnen. Ich bin bei den Treppen, glaube ich, die du meinst, Bro. Ja, so Treppen, die halt aufgesprayt wurden. Achso. Was, Wendeltreppen? Ne, die habe ich nicht gesehen. Ich bin bei einer actual Wendeltreppe gerade. Die nach oben führt irgendwie. In ein anderes Level oder so. Boah, was war das denn? Ich bin schon wieder tot. Mann, warum immer mich? Du musst ganz laut rufen, nimm Knu. Das funktioniert aber auch immer, die Scheiße. Ich bin hier, wo die Treppe hingebaut werden muss. Och Mann, wie kann ich es euch beschreiben? Fuck. Oh Gott. Ich muss sagen, ich finde es bis jetzt echt geil. Ansonsten rennt einfach chaosmäßig durch, bis ihr mich findet. Ich bin jetzt... Ich bin auf jeden Fall im Raum, wo wir auch die Quest machen müssen mit der Leiter. Aber davor hattest du doch bestimmt irgendwo so Symbole aufgesprayt. Ja. Das mache ich jetzt auch mal. Eher nicht so. What? Ich bin wieder in dem großen Raum, Kisi, mit den Riesensäulen. Bei mir ist ganz viel D voll. Oh nein, Elefanto. Oh nein, Elefanto, Bitch. Ich höre einen Elefant. Oh nein, oh nein. Der Elefanto ist krank an meinem Arsch gerade dran. Kannst du mal pfeifen? Uh. Kein Stamina, kein Stamina. Shit. Also, ich bin wieder in dem Raum, mit den Säulen, Kisi. Ich bin jetzt aber eine Etage höher. Boah, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Oh nein, ich bin schon wieder tot, ne? Wieso das denn? Oh Mann. Oh nein. Ich bin jetzt in so einem Raum mit ganz... Oh Gott. Oh, ey. Ey, das gibt es doch nicht. Wirklich. Psycho-Terror, das ist ja übel. Das ist gar nicht so leicht. Ich bin jetzt in so einem Raum mit so richtig fetten Säulen. Weißt du, in dem schon? Das sind so richtig dicke, runde Säulen. Da war ich auch noch nie. Wie groß ist denn die Karte? Viel zu groß. Gott sei Dank teilen wir uns das Geld nicht. Stell dir mal vor, wir müssten Knus Schulden übernehmen. Ja, einer für alle und alle für einen. Nicht in den Backrooms. Kisi, wir leben in Deutschland. Da gibt es keine soziale Gerechtigkeit. Meine Schulden sind meine Schulden. Gibt mal ein bisschen Steuern ab. Mir wurde heute wieder nahegelegt, nach Monaco auszuwandern. Gisi. Umso schlechter es bei mir läuft, umso mehr ziehe ich dich in den Abgrund. Kannst du einfach mal eine Yacht springen lassen. Ich habe gerade minus 800 Schulden. So, sorry. Wieso schlägt mein Herz schnell? Weil ein Monster in der Nähe ist oder wegen meiner Sanity? Wollen wir so ein Streamerhaus in Monaco aufmachen? Boah, Digga, in der Sachsen-Arbeitung aus hier. Wie ist es hin? Da bin ich dabei. Wie sind die Steuern da so? Null. Einfach null. Ich glaube, Grundsteuer ist ein Prozent, nur das war es. Aber du musst doch zehn Millionen mitbringen. Ja, ich weiß nicht. Will man in Monaco leben, ist das cool da irgendwie? Wenn man Formel 1 mag, ja. Ich glaube, ich würde mit den Klienten nicht klarkommen. Ach doch, Champagner-Partys und Mordeln. Dann würde ich lieber... Ey, ich habe super viele Beretter. Was ist dieses andere Ding, wo die ganzen Casinos sind? Diese andere Steueroase. Ach, ähm, Malta. Malta, ja, genau. Aber Monaco ist krasser von den Steuern. Oh, ich habe was gefunden. Ja, hier, die Leiter. Oder? Der Ausgang. Jetzt können wir nur hoffen, dass er nicht genug Ding hat. Ich habe genug. Ich bin sowas von weg, Leute. Hier sind... Das ist gut. Wie craft ich das Ding? Oh, ich crafte. Ich habe versucht, irgendwie zu dir zu finden. Cheesy. Du gehst jetzt nicht ohne uns. Es tut mir unendlich leid, aber das Spiel sagt, ich muss. Nein, nein, don't leave us alone. Reezy, wir müssen jetzt zusammenhalten. Kommt ihr mit? Der Peter verlässt das Boot. Ah, ja, 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 ja. Ja, ja, wir werden geporntet. Exit is covered. Da ist er schon weg, siehst du? Es tut mir leid. Ich musste. Ich musste. Aber weird, wir gehen jetzt direkt ins nächste Level, oder wie? Nein, nein, ich habe uns erst ins Hub geholt. Ich habe eine Karte fürs nächste Level. Ich kann mich aber nicht mehr bewegen. Der Chat hat auch geschrieben. Der Chat schreibt, hau ab, lass sie zurück. Hey, ey, doch. Kiesi. Nein, ich nehme mich doch mit. Oder nicht? Ja, ja, meine ich ja. Ich dachte, ich spiele weiter. Nein, wir gehen erst kurz in den Hub. Ich will erst mal kurz da reingucken und gucken, ob ich irgendwas verchecken kann. Kiesi, bist du das? Nee. Bäh. Okay, da sind wir alle. Weißt du, was wir machen, Rhys? Wir markieren mal den Kies, weil das ist ein Verräter, damit alles wissen wir. Aber da siehst du jetzt, Rhys, so funktioniert es mit Knu zu spielen. Man macht die ganze Arbeit und Knu ist halt, die schleicht sich dann so mit durch. Ja, die tut die ganze Zeit das Monster für dich dodgen hier. Also bis jetzt habe ich nicht sein Geld. So, wie kann ich das jetzt verkaufen? Okay, also ich habe chillige minus 300. Ich habe minus 100. Das ist doch nicht zu spät. Was kann ich dir erzählen? Inventory. Ich will dir jetzt erzählen. Show me. Ah, okay. Du könntest hier reinziehen, oder? Okay, Plastik könnte ich verkaufen. Wandelwasser. Lass mal Plastik verkaufen. Ey, wenn ihr sowas habt wie diese Glühbirne, verkauft die mal nicht. Weil die brauchen wir nämlich zum Beispiel für den Fotoapparat. Actually, lass mal Plastik auch nicht verkaufen. Da brauchen wir auch drei für den Fotoapparat. Also ich habe eine Glühbirne. Ja, lass mal Glühbirne, Batterie, Plastik und dieses schwarze Häufchen-Dings. Äh, was ist das? Kohle oder so. Lass das mal nicht verkaufen. Oh, hast du wirklich Kohle? Und Bretter auch nicht. Gib mir mal ganz kurz die Kohle. Die Kohle habe ich leider nicht. Aber das wäre noch das Letzte, was wir brauchen. Das ist schade. Und Seile habe ich auch. Und so ein Ölbehälter auch. Im Ölkanister. Liga, Pappe gibt 90 Dollar für fünf Stück. Voll geil. Pappe habe ich auch, ja. Okay, okay, okay. Man kriegt also auch ein bisschen wieder... Okay, Eisen müssen wir finden und alles hier irre. Boah, ey Leute, so dieser Almond-Drink und sowas, das gibt richtig viel Cash. Ja, aber will man die nicht mitnehmen in die nächste Runde? Ja, aber du findest wahrscheinlich ja doll. Oder vielleicht halt die Hälfte verkaufen oder so. Ja, ich verkaufe sie zwei. Also zwei Stück, warte ich mal. Guck mal, Almond, was habe ich sechs Stück? Reicht, wenn ich mir zwei übrig lasse? Okay, dann. Aber was gönnt man sich davon? Erstmal aus den Schulden raus. Genau, oh Gott, sag mal was, ja. Für was braucht man denn eine Wallet? Was bringt man eine Wallet? Verliehe ich ja kein Geld, wenn ich draufgehe? Oh, das kann dann passieren, ja. Wahrscheinlich. Eine Pickaxe wäre wahrscheinlich ganz nice, weil da kann man... Ey, ist ja wirklich Minecraft in den Backrooms. Ja. Ey, wir brauchen halt die Axt. Ich hau mir mal ein bisschen was in den Spind jetzt rein. So das Holz, Batterien, Plastik, Glühbirne und Pappe. Jetzt erstmal im Spind. Oh, Seil bringt voll viel. Und Batterien. Und das? Nicht so viel. Okay, wo ist nochmal der Spind? Hier hinten, oder? Bei null. Da packe ich jetzt auch mal mein Zeug. Das sind unsere Sachen. Gut, dann mache ich auch nochmal eine Glühbirne rein. Das. Also der Chat ist auf jeden Fall für das Malta-Streaming-Haus. Oder halt Monaco. Ich glaube, Monaco ist geiler, weil es irgendwie pompöser ist. Malta ist mir zu sehr Mafia. Ich habe keinen Bock auf Autopop. Ich bin auf jeden Fall dabei. Egal wohin. Oh, süß. Monaco, das ist halt sowas. Welche Streamer waren schon Monaco? Malta ist ausgelutscht. Können wir ihn behalten. Klar können wir ihn behalten. Ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die ich irgendwie, da habe ich das Gefühl, dass ich das bisher in meinem Leben geskippt habe und ich würde sowas nochmal voll gerne erleben, so mit anderen Streamern, YouTuber, whatever, so richtig in so einem Content-Haus zu leben. Das war ja mal richtig krass, so dieses Menschenmäßige, dass so Leute sich da, das funktioniert auch immer gut, klar. Idioten in einem Haus, das klappt. Ja. Ja, also no joke, steckt da einfach so fünf, fünf bis sieben Leute irgendwie rein, so dann das ballert. Ja. Du musst einfach ein paar Leute reinwerfen. Wir hatten auch schon öfter die Überlegung und auch Bock, das zu machen und so, aber es war halt immer das Problem, ey, finde da mal ein Haus, was irgendwie natürlich preislich funktioniert, was von der Location funktioniert und so. Das war, wir haben in Köln wirklich schon ein bisschen geschaut mittlerweile, aber war impossible. Also, was ich nehmen würde, es gibt ja mittlerweile so viele Airbnb-Angebote und im Moment überlege ich, ob ich so ein bisschen mal so zwei Wochen Zypern machen soll und einfach einen Laptop mitnehmen soll, weil mittlerweile sind die Gaming-Laptops auch so krass stark, dass du da einfach easy Let's Plays produzieren kannst. Ja, das check ich. Das habe ich mir letztens auch schon gedacht, so, man kann so jobmäßig halt voll entspannt so, diese, so eine Art von, ja, keine Ahnung, so ein Urlaubs-Work, Travel, wie auch immer man das nennt. Ja, das kann man die Sie machen. Also, dass man sagt, ey, Italien, lass doch, ich ziehe einfach mal zwei Monate dahin und stream halt von da. Juckt ja keinen. Ja. Ich habe das mal gemacht aus Polen, ich war mal acht Wochen in Polen und habe von da aus gearbeitet, es hat keine Sau gemerkt im Endeffekt. Ich habe auch gestreamt und alles. Ja, ich war ja auch ein Jahr in Australien, es war einfach voll easy. Es hat keine Sau gemerkt, hast du es auch einfach keinem gesagt? Doch, doch, ich habe das den Leuten gesagt, aber es hat halt auch jetzt niemand so gesagt, hä, irgendwie die Videoqualität ist anders oder sowas. Ja, ja. Es juckt ja keinen, es merken die gar nicht. Safe. Nee, das will ich auf jeden Fall, das ist sowas für nächstes Jahr, glaube ich, das will ich auf jeden Fall machen. Bei mir ist es halt nur ein bisschen tricky. Richtig, das muss ich erst mal überleben. Vielleicht bin ich ja auch dann schon unter der Erde, dann ist es egal. Bei mir ist es halt nur ein bisschen tricky mit Kind. Ja, das stimmt. Fair, 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 so mit Familie und allem, ja. Aber da gehe ich halt dann, weißt du, ich verschwind dann einfach ein paar Mal. Ja. Ich gehe in die Villa nebenan, Leute. Gründe eine neue Familie, komm wieder zurück. Oh. Der Papa kommt bald wieder. Genau. Das ist ja nice hier. Okay, haben wir eine Mission irgendwie für diese Runde? Oder machen wir einfach Freestyle? Ja, zusammenbleiben. Äh, haben wir eine Mission? Stand da irgendwas? Stand da irgendwas? Nee, Moment. Ja, wir lassen mal gucken, was wir machen müssen, ja. Ich glaube, dass wir einfach wieder Sachen finden müssen. Stand am Anfang irgendwas da? Hier, hier steht irgendwas. Ja, irgendein Vieh rennt hier rum. Boah, das ist ja nicht. Vielleicht müssen wir wieder eine Ding bauen. Ich glaube, man muss immer eine Leiter bauen, kann das sein? Aber wohl, vielleicht hier nicht. Na, wir werden es rausfinden. Vielleicht gibt es irgendwelche Hinweise. Bestimmt. Okay, lass mal zusammenbleiben. Hier bräuchten wir halt jetzt eine Pickaxe. Aber dafür müsste man wahrscheinlich erst Level Zero grinden. Ja. Ja, ich glaube auch, dass wir halt vielleicht ein bisschen Level Zero grinden, Geld sammeln und dann Stuff kaufen für hier so. Ich glaube, so wollen die das, dass man es eigentlich spielt. Also anscheinend kann man es durchspielen, ne? Ja, dann kommt man in den einzelnen Levels wahrscheinlich weiter dann. Ja. Aber fuck it, wir spielen es nicht so. Nö. Monaco-Style ist das hier. Ihr lasst uns nichts vorschreiben. Guck mal, hier ist eine Lore. Cola habe ich gefunden. Ich habe so viele Streichhölzer, du. 40 Stück fast. Umge 14. Du Lootgeier. Oh, warte mal, hier ist was. Oh, warte, warte, warte. Oh mein Gott. Leute! Was denn? Riech. Komm zurück. Hast du gepfiffen? Ich bin hier durchgekrochen. Wo seid ihr? Hä? Jetzt sind alle weg. Wir sind genau an der Kreuzung. Hier. Was? Du kannst hier reinkriechen. Hier ins Loch. Ach, da kann man sich verstecken, oder was? Nee, da kannst du... Ja, doch. Das spinnt. Quasi. Echt? Oh nein. Du kannst dich hier verstecken, falls das Vieh kommt. Wie komisch man sich portet, Alter. Das sieht richtig... Das packt richtig rum. Ja, shit. Vereinen. Es passt halt immer nur einer rein. Nein, nein. Eben waren wir zu zweit drin. Ja. Okay. Zwei gehen, glaube ich, rein. Okay, dann lass mal weiter. Ja. Ich bin ja gespannt, was hier... Da ist auf jeden Fall auch schon weniger Loot hier, ne? Man merkt's. Naja, am Anfang war da auch wenig Loot. Und dann auf einmal wurde ich so zugemüllt. Oh, was ist das denn hier? Okay, fair, fair. Oh, hier ist zu... Was ist das denn? Oh, wir werden gleich so gefickt, Alter. Wow. Oh, man. Oh, Bro. Das ist nicht gut. Da tun wir es auch so ein Ding. Wir holen die Lichter an. Wahrscheinlich brauchen wir die, oder? Will man das? Wenn das Game dir Licht schenkt, ist es nicht gut. Ich glaube schon, weil Licht ist ja immer gut. Oder wohl, vielleicht zieht es auch irgendwas an. So eine Riesen-Motte vielleicht. Würdet ihr gerne hier drin landen, in so einem Backroom? Nein. Oh, voll mega gerne mal hier. Ja, oder? Man will ja doch irgendwie... Ich hätte auch voll Bock drauf. Doch, safe. Nee. Nein, Bro. What's the fuck? Was war das? Oh, shit. Was ist das? Oh, der kommt. Er kommt, er kommt, er kommt. Da kommt was, da kommt was, da kommt was. Nein, nimm Knut. Wird Knut gefressen? Nein, der steht vor mir. Könnt ihr den bitte backlocken? Nee. Auf was geht der? Auf was geht der? Licht? Auf Mutter. Nee, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nein, er hat mich. Das gibt's doch nicht. Oh Gott, das klingt aber auch abartig, das Ding. Ich habe eh schon genug Schulden gemacht. Das ist eigentlich vollkommen egal. Oh nein, der kommt, der kommt zu mir. Aber ich glaube, ihr müsst euch nicht bewegen, dann sieht der euch nicht. Also einfach ruhig bleiben. Aber ich weiß halt nicht, wie man dann wegkommt. Ja gut, dann musst du warten, bis der vielleicht von alleine wieder wegläuft. Ich bin jetzt eigentlich den Gang nur geradeaus. Vielleicht kannst du da irgendwie durchflitzen. Uiuiui, ich bin gerade irgendwo. Einfach so durchziehen. Oh, wo bin ich denn? Wenn er dich sieht, schrei einfach, nimm Knut. Das funktioniert wirklich eigentlich zu 95%. Guck mal, ich seh dich da hinten in der Ferne. Siehst du mich? Ja, das bin ich. Ja. Er ist weg, oder? Nein, er ist bei mir hier. Ich bewege mich jetzt einfach mal nicht. Er kommt auf mich zu. Er dreht wieder um. Er läuft jetzt wieder zu dir. Ja, nimm Knut wahrscheinlich. Und jetzt teleportiert er sich straight zu Knut und frisst sie. Hauptsache, sie kann nicht mitspielen. Okay, also der hat irgendwie keine Akku. Ich weiß nicht genau, was da geht. Vielleicht Geräusche? Genau, wenn man sich nämlich ruhig hinsetzt, kommt der nicht. Aber der geht ja auch nicht mehr weg, oder? Okay, er hat mich gefickt und ich hab kein Geräusch gemacht. Ja, weil ich glaube, du darfst dich einfach nicht mehr bewegen. Ansonsten holt er dich. Also ich weiß nicht, wie man den wieder wegkriegt. Ich weiß nicht mal ansatzweise, wie man hier rauskommen soll. Ich auch nicht. Oh mein Gott, diese Gänge sind einfach so lang. Wie sollen wir uns wiederfinden? Nie wieder. Ich pfeife mal, hört ihr mich? Nö. Gepüffen? Ich. Oh mein Gott, was ist das? Hier, also. Vielleicht ist einfach kein Licht bei dem Dreh. Ja, das kann auch sein, weil das Licht lockt den ja an. Der steht ja im Licht, oder? Der stand doch vorhin in den Lichtschaltern. Nee, hier ist ja überall Licht. Hier ist ja überall Licht. Ja, bei den Lichtschaltern, die wir angemacht haben. Also ich merke, er ist nicht so wahnsinnig schnell. Ich bin einfach vorhin weggerannt. Jetzt auch wieder Lichtschalter. Oh, ich hab eine Spitzhacke gefunden. Nice. Oh Gott. Ich bin in so einer Umkleidekabine mäßig. Ah, ich mach jetzt wieder diese Lichter an. Kann es sein, dass wir die alle anmachen müssen? Ja, aber für was? Das weiß ich noch nicht, aber ich glaube ja. Vielleicht schrägst du aber auch irgendwas dann damit. Ja, weil jetzt... Ich hab die jetzt angemacht. Ach, vielleicht kommen die da hin. Also irgendeine Bedeutung muss das auf jeden Fall haben. Hey, hat jemand gepfiffen gerade? Nee. Oh, ich bin in einem neuen Bereich. Was ist das? Ich war vorhin in so einer Art Umkleide. Ich hab so eine... Da war ich auch gerade. Ich hab einen Minenarbeiterhelm gefunden. Was gibt der mir? Rüstung? Ja, vielleicht Schutz? Ja, der gibt wirklich Schutz. Alter, ich bin auch in so einem Loot-Spind. Ja genau, da war ich auch schon. Und da habt ihr auch geilen Loot gefunden? Ja, an den Spinden. Also es gibt ja immer, wenn man die Gänge entlangläuft, wieder so schwarze Bereiche. Wenn man da nämlich lang latscht, findet man nämlich immer diese Bereiche, wo man die Lichter anmachen muss. Aber ich weiß noch nicht, was es soll. Ich bin mal gespannt, falls wir uns jemals wiedersehen sollten, ob ihr meinen Helm sehen könnt. Das ist so traurig. Habt ihr ja gerade meinen Treifen gehört? Nee. Außer es kommt später an. Ich bleib auch mal die... Jetzt mal ein bisschen in der Weile. Sag mal, ob man es hört. Ich glaube, wir sind gerade komplett verteilt. Ja klar, ich bin schon mal weitergelaufen. Nee, Moment. Ich bin jetzt wieder da, wo Gnu gefressen wurde. Oh Gott, ich habe gerade gepfiffen. Oh, ich habe aber Eisen-Teile gefunden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, es kommt. Es kommt. Es kommt. Es kommt. No, es kommen zwei. Oh Gott, ich auch. Ich habe gerade gepfiffen, dann kam es. Ich muss mal schnell, dass wir meine Sanity nehmen. Wir gehen safe auf Sound. Mir geht's nicht gut. Ja, auf jeden Fall. Das heißt schleichen vielleicht, Kisi. Ich habe jetzt nicht einfach Licht ausgemacht und mich hingesetzt. Warte mal, kann man hier in diesem Raum, wo die ganzen Lichter sind... Oh Gott, das ist ja super schnell, das Vieh. Ich brauche ein Höhlenloch. So ganz dringend. Ja, ich habe ein Loch gefunden. Oh, nice. Nice. Also ich glaube, die müssen diese dunklen Bereiche aufhellen. Ich verstehe nur noch nicht, warum. Vielleicht kann man da irgendwas mit der Hacke frei hacken. Weil da war in der Mitte... ...so ein Zeugs. Ich glaube, das kann man weghacken. Ach so, diese Steine hier. Das kann gut sein. Weil die gibt es nämlich immer bei jedem Gang, wo es dann auf einmal dunkler wird. Gibt es auf einmal diese komischen... Hashtag Opferknur. Wieso, ich lebe doch noch. Ich meine, das ist gerade die Bewegung hier. Hey. Boah, ich bin gerade auf einer kranken Lutmission hier, sage ich euch ehrlich. Hey, der kämmt mich hier ab, der Dude. Hashtag Opferkies schon. Hashtag ausgedrängst. Hashtag war wohl nix. Hier ist wieder eine... Warte noch nicht, das ist gut. Ich bin in diesem... Bereich, wo halt diese ganzen Lampen von uns angemacht wurden. Da bin ich jetzt. Okay. Ich bin gerade wieder in irgendeinem Bereich, wo ich nix sehe und auch keine Lampen sind. Doch da hinten steht. Die sind überall Lampen. Ich gehe jetzt wieder raus. Das ist so weird. Das ist voll nervig, wenn man aus so einem Versteck kommt, dass man dann wieder geduckt ist. Ja, finde ich auch. Verstehe ich nicht. Okay, Lampen sind überall an. Okay, hier ist Gestein, aber das kann man nicht weghacken. Ich pfeife nochmal. Oh shit. Alter, das macht die wütend. Ja, mich hat... Hast du das auch gehört? Ja, der... Dann bist du ja hier in der Nähe. Der ist richtig... Der hat richtig Hass in den Augen bekommen. Überläuft er mir jetzt noch hinterher? Der wurde wahrscheinlich auf der Straße zu oft angepfiffen. War mal... Früher war es ein sehr attraktiver junger Mann. Aber dann... Aber dann... Durch Pfeifen und Säure. Catcalling war zu viel. Ja, am besten einfach wirklich nicht pfeifen, ey. Also ich finde hier noch so... Ich finde ganz viele ungelootete Sachen. Das heißt, ich bin gerade irgendwo... Du bist völlig woanders dran. Ich habe eine Axt einfach. Ich habe auch eine Axt. Ich leider auch, weil ich merke die ganze Zeit, ich bin bereich, wo ihr noch nicht wart. Ich mache die ganze Zeit Lichter an und loote. Scheiße. Oh Mann. Ja, wir lassen das einfach weiter so machen. Ja. Ey, ich spring raus. Der steht direkt vor meinem Loch. Gar nicht cool. Kenn ich. Oh cool, Bro. Hey Mann, Alter. Ich will euch finden. Fuck. Oh Gott. Oh nein. Ich wollte auch nur Freunde finden. Ich renne jetzt gerade vor ihm weg, aber der ist super speedy. Ich will keine Schulden. Ich habe gerade ein bisschen Geld verdient. Oh Gott, ich bin entkommen. Ich bin entkommen. Ich bin entkommen. So, jetzt bin ich hier bei der Lore, wo wir schon mal... Das gehe ich mal bei der Lore einfach mal hier geradeaus. Ich gehe jetzt mal ein Loch um Pfeife. Vielleicht hört ihr mich ja, okay? Okay. Mach mal. Nö. Ne. Ich höre nichts. Ich habe halt noch nichts gefunden, wo man die Spitzhacke einsetzen kann. Ich glaube, ich habe noch eine Spitzhacke gefunden. Und die ist total repariert. Wie geil ist das dann? Ähm. 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 Oh Gott, hier läuft einer rum. Ich gucke jetzt mal, kann man den vorbeischleichen? Ne. Nicht? Ne. Also ich konnte es nicht. Ich probiere es mal, wenn ich stehen bleibe, ob der mich jetzt sieht oder nicht. Das testen wir jetzt mal, ob die blind sind. Ich glaube es nicht. Haben die Augen? Aber es muss ja auch einen Weg geben, hier rauszukommen mit seinem Loot. Warum können die Sprinten? Oh mein Gott, er hat mich. Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, sind die schnell. Wie frustriert es denn der Akku, Alter? Ich habe kein Geräusch gemacht, gar nichts. Er dreht einfach durch. Da gibt es kein Entkommen. Ja, ich glaube, sobald er da ist, bist du gefickt einfach. Du musst wegrennen. Ich renne einfach weg. Ich bin ja noch gar nicht gestorben jetzt hier. Ja, ich weiß nicht. Der hat mich geslowt schon. Wie lange läuft der im Winter her? Vorher mich geschweigt hat, war er so langsam, dachte ich, okay, vielleicht hört er mich nicht mehr. Dann hat er mich einfach gehitet. Oh Gott, Leute. Ich pfeife jetzt mal, vielleicht hört ihr mich ja. Ich habe gepfiffen. Shit. Ist hier ein Loch? Okay, ich habe den jetzt am Ass. Der geht nicht weg. Ja, es gibt mehrere. Ja, ja. Vorhin sind mir zwei gleichzeitig entgegengekommen. Also von einer Seite einer und von der anderen Seite der andere. Ja, also ihr würdet uns hören, wenn ihr in der Nähe wären. Oh, ich kann hier rein? Oh Gott, ich konnte mich verstecken. Vorne ist wieder ein Spind, aber die Tür ist schon offen. Oh Gott. Oh. Oh, ich bin im Startraum. Oh, warte. Ah, im Startraum? Nee, ich wollte gerade sagen, du bist bei mir hier. Ja, aber wo bin ich dann? Wo könnte ich dann anders abbiegen, wenn das hier der Startraum ist? Weil da ging es doch, da gibt, nee, da ist eine Lore, die ist leer. Oh, warte mal, seid ihr da? Nee, pfeif mal. Ey, ich habe einen Stein gefunden. Ich glaube, den kann man ab, kann man denn? Ja. Nice. Krass. Geil. Ich habe Eisen gefunden. Ich habe auch ein bisschen Eisen. Kann geschmolzen werden. Oh Mann, das gibt es doch nicht. Jetzt ist der da schon wieder. Eisen brauchen wir für was. Wissen wir noch nicht, haben wir nicht aufgedeckt. Man kann es einschmelzen. Das stand eben halt beim Eisen dabei. Okay, hier ist wieder so eine Lore, aber die ist leer. Also waren wir hier schon mal. Mann, ich finde euch nicht mehr. Dass das mal so lange getrennt ist, finde ich doof. Code Braun, sage ich dazu nur. Code Braun. Das heißt, sich einscheißen? Nein, das heißt Likey. Hat doch gesagt, Code Braun. Sich einscheißen. Wie können wir uns so, wie können wir uns jedes Mal so krass verlieren eigentlich? Ja, voll traurig. Wir haben so eine Party, du gehst mit deinen Freunden und eine Minute später sind alle weg. Okay, es ist aber auch alles gelootet. Also ich komme jetzt nur noch in Bereichen rein, wo schon mal irgendjemand war. Eigentlich sollte ich einfach nur stehen bleiben und warten, bis ihr mich abholt. Dann mach mal was hier, Likey. Vielleicht rennen wir die ganze Zeit immer einfach im Kreis so hintereinander her. Oh, ich habe eine Hacke, ihr wartet hier noch nicht. Also dann gibt es immer noch Gebiete, aber. Sind es denn ein Gebiet, in dem es eine Kurve gibt? Lasst einfach mal wirklich mal sprayen, wo ihr wart. Dann markiert mal eure Gänge so. Ich habe kein Spray dabei. Ich spraye jetzt. S, O, S. Oh, what? Ich habe Xe gefunden. Hat jemand Kreuze gemacht? Ja, ja, ja. Hier, hier, hier. Oh mein Gott. Hier, hinter dir. Hinter dir. Okay, 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 krass. Das bringt was. Ich sehe deinen Helm auch. Nee, kann ich sogar markieren. Sieht gut aus? Ja, nee, ja. Ich habe jetzt auch Xe gemacht. In der Ecke, also eine Kurve. Ich glaube, ihr wart ja auch noch nicht, weil es waren noch nicht gelootet. Warst du da hinten schon in dem Bereich? Da bin ich jetzt gerade reingelaufen, aber ich meine, da war ich auch schon, also den Raum habe ich auf jeden Fall schon gelootet. Und ich glaube, hier hinten bin ich auch schon komplett durch eigentlich. Da lassen wir mich nicht wieder verlieren direkt. Okay, ich bin auch. Nu, lauf einfach mal so lange im Kreis, bis du irgendwelche Xe siehst. Das kommen wir nämlich dann her. Wäre halt geil, wenn man die irgendwie in unterschiedlichen Farben machen könnte, weißt du? Ja. Das wäre halt richtig nice. Ja, das wäre krass. Ja, aber ich habe keine Ahnung, was wir hier tun müssen. Deswegen muss LikeMyStyle, Knus Lösungsbuch, für uns jetzt Recherche betreiben. Und hast du jetzt Stein abbauen können? Ja. Okay, und was ist das? Kohle? Nee, Eisen. Eisen. Okay, hier sind nochmal Sachen drin, hier wurde nicht gelootet. So, hier ist nochmal Licht nicht an, das mache ich jetzt an. Was ist da hinten? Kann man da rein? Es gibt so richtig düstere Ecken, ne? Ja, ja, ja. Die würde ich erst ausgeleuchtet werden, wenn du reinläufst. Da hinten war ein Safety-Loch, by the way. Da ist auch noch überall Licht. Oh nein. Renn, 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 renn. Und dann, rechte Seite, Safety-Loch irgendwo gewesen. Da, 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 da. Ich habe ja auch ein Safety-Loch. Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir, Kno. Du hast auch ein Safety-Loch. Ich habe eins, klar. Aber da kommt man nur, da geht es nur raus. Einmal in Straße. Kommt drauf an. Wenn man nett ist, vielleicht auch anders. Ich sehe ein X hier vorne. Ja, 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 komm zu den Xen. What? Die Luft ist rein, glaube ich. So, das heißt, ich kann jetzt ja hier nur in eine Richtung düsen. Hast du es gehört? Nee. Oh, ich sehe noch ein X. Oh, ich sehe Licht. Du musst, da, lauf den Xen nach, dann kommst du zu uns. Okay. Oh, das sind meine eigenen jetzt. Hä? Sie läuft ihren eigenen nach. Nee, nee, aber da müsste doch jetzt in der Nähe sein, weil das eine war nicht von mir. Ich habe nur die drei hier gemacht. Vielleicht hättest du Kreise machen sollen. Man kann ja nur ein X machen. Oder kann man das einstellen? Ach, rechte, da geht nur ein X. Ja. Geht nur ein X, ja. Außer man kann es einstellen irgendwie. Ich glaube, man kann vielleicht frei sprayen. Oh, das wäre geil. Ein bisschen rumtaggen hier unten. Das wäre richtig cool. Dann hätten wir jetzt überall Penisse mit Knur. Ja, deswegen. Ja gut, dann gehen wir hier mal weiter. Immerhin war das hier ungelootet. Na, Leike, schreib doch was rein. Was hat er geschrieben? In den Chat von uns allen. Ihr müsst einen Bereich finden, in dem diese Arbeiter sind. Welcher Arbeiter? Die auf dem Bild. Okay. Hat er reingepostet. Ach so, ja, da kann ich jetzt nicht gucken. Hast du Discord nicht nebenbei offen? Doch, aber ich hatte zu spüren. Bro, haben wir hier jemanden, der uns hier durchgeitet, oder wie? Ja, Knur hat so einen kleinen Helfer. Ach, süß. Okay, wir müssen also in irgendeinem von diesen Höhlen, das sieht aus nach so einem Bereich, wo diese Lichter, wo diese Scheinwerfer sind. Ungelootete Sachen hier wieder. Was war das? Ach du heilige Kacke, rennt. Leicht, sehr schlecht. Wo ist unser Safety Hole? Das dauert, Alter. Hier. Keine Ausdauer, rein, 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 rein. Ich kann, ich komme nicht rein, ich komme nicht rein. Warum gehst du nicht rein, geh rein. Ich bin rein, ich bin drin, bin drin. Ich komme nicht rein. Komm du rein, komm still. Ich kann nicht, das Loch ist belegt. Drück, drück oft, drück oft. Oh, ich bin tot. Minus 200. Boah, jetzt habe ich wieder nur 25. Aber da muss man sich halt wiederfinden, ne? Das Loch hat gebackt. Ich kam auch erst nicht rein. Das kostet. Oh, interessant. Okay, da wart ihr auch noch nicht. Das gibt es doch nicht. Ich bin bei Xen. Ja, bei wie vielen? Bei drei? Ne, ich glaube, das ist unser Ding. Hörst du meinen Pfeifen? Also, ich habe jetzt schon wieder was gefunden. Ich bin bei so einer Kurve mit drei Xen. Jetzt sind hier zu viele Kreuze. Rot, wenn es drei Xen sind, sind die von mir. Da hinten ist eine Tür. Richtung des Ausgangs. Ah, ich weiß. Ich weiß, wo ich bin. Ich bin bei unseren Xen. Oh. X bei der Säule, ja. Hörst du mich pfeifen? Reese? Ich bin jetzt hier. Ich höre nichts beim Messer. Hier ist versperrt. Bei mir ist das Monster. Hat Agro auf jemanden? Auf mich. Weil ich gepfiffen habe. Oh nein. Okay, dann bist du direkt hier. Wenn du um ihn rumkommst, ist hier immer noch das Loch für dich bereit. Ah, Moment. Ich muss jetzt erstmal irgendwie überleben. Ich glaube, ich habe ihn abgehängt. Es wäre halt cool, wenn man ein X macht. Und das wäre dann auf einer Karte markiert oder so. So ist halt echt lost. Er macht jetzt hier gerade so eine Patrouille. Er kommt wieder zurück zu dir. Okay. Kann ich das Monster ansprayen? Ich stehe noch vor dem Loch quasi. Ne, ist auch in diesem Gang drin. Oh mein Gott. Nur wenn du das Streichholz anzündest, dreht er schon durch. Ist ja krass. Ja, ich glaube, kein Licht, kein Sound, gar nichts. Aber auch wenn du vorher kurz gelaufen bist und er dich schon mal gehört hat, dann ist es auch schon zu spät. Ich bin jetzt wieder in diesem Spintraum. Ich weiß auch, wo du bist. Ich glaube, auch da, wo du bist, könnte es weitergehen. Weil da waren wir ja noch nicht und da war ja noch nichts gelootet. Ja. In diese Richtung hier quasi. Ich habe jetzt ein bisschen Iron geholt. Ich kann auch einfach noch kurz ein bisschen auf dich erwarten, wenn du gleich nochmal hierher kommst. Ich versuch's gleich nochmal, ja. Aber machen. Ah, da kommen wir zwei. Shit. Oh mein Gott. Ich komme mit dem vielen Backen. Oh Gott. Geh ins Loch. Okay, bin drin. Oh Gott, der Weg ist weiter, als ich dachte. Oh, er hat mir schon den großen Schlag gegeben. Lass mich rein. Warum komme ich nicht rein? Oh Gott. Komm rein, komm rein. Du bist so witzig. Oh, ich auch. Ist das irre, das Vieh. Wo ist mein Wasser? Ja, da läuft er. Okay. Da läuft er, der Schlingel. Da komme ich ja hier nicht weiter. Plopp. Ah, den Schlüssel für die Tür, wo ich jetzt rein wollte, gibt's bei den Arbeitern und da geht's raus, Leute. Also ich bin jetzt im Prinzip beim Ausgang. Oh, okay. Dann bleib doch beim Ausgang. Kannst du das schon mal irgendwie geil markieren oder so? Markier das mal richtig gut. Ich hab eine rote Tür gemacht. Ich hab's in X gemacht an die Tür. Okay. Mach einfach die ganze Tür voll. Mach die ganze Tür voll einfach. Das Problem ist, man müsste auch hier nochmal einen Passdorf finden für's nächste Level. Haben wir noch gar nichts, ne? Stimmt. Also die ist echt gelockt hier. Ich will nochmal weiter. Jetzt kämmt der wirklich hier. Ja, das ist voll nervig. Ich komm auch nicht weiter wegen dem grad. Und ich dreh langsam durch. Ich brauch einen Almond-Drink. Ich hab noch sechs Stück von den Dingern. Schnisch. Ich hab noch vier. I'm gonna die. Vielleicht ist der jetzt weggegangen. Vielleicht ist es okay. Eigentlich find ich die Idee von so einem Backroom-Game, wo man halt wirklich in den Backrooms quasi lebt und so eine Art Society aufbaut schon ganz cool, ne? Das wär nice. Also ich find das Game nicht schlecht. Ich find nur die ist, dass man sich nicht so leicht findet, find ich ein bisschen anstrengend. Ja. Ja gut, das ist bei den anderen Backroom-Games aber eigentlich auch so. Aber nicht so extrem. Ich wage mal kurz meinen Fuß hier raus. Ist er da? Er ist da. Er ist da. Er ist da. Wir kommen hier nie wieder weg, außer wir finden halt... Er ist instant da. Wir bräuchten halt Knu, die sich quasi vor ihn wirft, damit wir wegkommen. Yo. Yo. Knu, du müsstest dich opfern einmal bitte. Nein, lass mich in Ruhe. Das wär korrekt von dir. Aber du machst es doch fürs Team. Du sagst doch, das ist deine Fähigkeit im Team. Nein, die hast du mir einfach gegeben. Ich bin ja irgendwie der Kamikaze-Charakter die ganze Zeit, dass er sich opfert. Hashtag Opfer-Knu. Das ist ein offizieller Hashtag geworden. Nein, ist voll arm. Vielleicht wegen den Streichhölzern. Ich kann eh mich nicht bewegen, weil Rhys hat mich eingeklemmt. Wie jetzt? Muss ich ein bisschen nach vorne be... Jetzt kann ich auch wieder raus. Probier mal, Bro, aber da ist kein Spaß da draußen. Ich versuch's jetzt. Achtung. Okay. Nicht... Ah, da ist er. Ich bin gerannt. Ich hab YOLO. Okay, du... Korrekt, aber du hast ihn weggemacht. Ah, nee, er steht doch bei mir vorm Loch. Es hat gar nichts gebracht. Vielleicht solltest du dasselbe machen. Okay, ich solltest du dasselbe machen. Ja, ich mach das gleiche. Und Mandelwasser halt in der Hand halten. Oh, ich hätt auch gern eins. Okay. Oh, scheiße, das ist lecker. We did it. Hä, hier ist ein X. Waren wir das? Ja, doch, hier ist noch diese ganz dunkle Ecke gewesen, wo wir noch gesagt haben. Oh nein, da ist schon wieder ein Sack. Boah, bis wir diese Mina weiterfinden, du, ne? Was ist das da hinten? Ich hab was gefunden. Ne neue Höhle. Rechnen sie hier. Rechnen sie hier, ja. Hä, hier ist aber auch nix. Ja, Scheinwerfer. Nee, keine Mina weiter. Nothing. Ach, das ist doch scheiße. Ich brauch kein Loot. Ja, lass mal wieder da weitergehen. Oh, ich bin jetzt, glaub ich, dahin, wo ich sein muss. Hast du die Mina weiter? Ne, ich hab jetzt diese drei Durchgänge, die ich vorhin gesehen hab auf dem Bild. Da muss ich hin. Und von hier aus muss ich irgendwo lang. Lass mal gucken. What? Hier ist ein Schrank. Das war, hier ist Dead End. Ein Schrank. Fertig. Bro. Okay, warte, ich mach einmal kurz hier ein Kreuz. Von hier aus geht's irgendwo lang. Das sind jetzt drei. Die hatten wir nicht. Ist da ein Schild an dem Pfosten? Hier waren wir. Da ist nichts. Nee, leider nicht. Also haben wir jetzt die ganze Kacke hier gemacht und haben im Endeffekt nichts dafür bekommen. Haben nichts. Außer Ressourcen verloren. Wir haben Geld verloren einfach nur. Wir haben nur Geld verloren. Okay, das ist heftig. Achtung, der Dude ist da vorne. Der Akku? Ja, klar. Ist hier ein Loch? Lass mal hier in den Leuchtegang gehen. Vielleicht können wir da irgendwie aus... Wäre geil, wenn die Licht hassen oder sowas. Bist du tot? Ne, ne. Ich hab nur deinen Plan zu spät begriffen. Ich bin Richtung Schrank gerannt hinten. Ich bin jetzt in dem Leuchtegang. Er hat die Akku verloren. Okay, war ich vorhin eh schon. Okay, jetzt laufe ich mal zu meinem Ausgang. Wait, Bro! Kann man da hinten den Schrank nochmal öffnen und dann... Geht da was? Okay, hier ist nochmal die Tür. Komm mal bitte in diesen Schrank rein. Ich glaube, ich bin irgendwo hingeportet worden. What? Ja, du bist weg. Bro, das ist wie so ein Harry Potter Shit. Alter, ich bin... Du gehst jetzt so rein und dann geht die Tür auf. Ja, aber ich bin jetzt bei so einem Spintraum. Ich bin wo ganz anders und ich hab kein Feuerzeug. Fucking hell. Ich seh nichts. Ich bin irgendwo richtig dunkel. Das ist mies. Ja, ich bin völlig woanders gelandet. Ich wurde weggeportert. Von hier aus jetzt nach rechts. Ich markier trotzdem mal. Oh, ich hab gleich... Ey, ich hab so viele Batterien. Hab einen Helm gefunden. Mist! Ich wurde irgendwo hingepottert. Moment, kann ich wieder zurückpottern? So, dann geh ich jetzt hier lang. Nee, zurückpottern geht nicht. Nach rechts. Alter, das Spiel ist verrückt, Mann. Das ist ein Random-Schrank. Jetzt bin ich in so einem Raum mit einer Säule. Hier sind auch keine Kreuze. Gar nichts. Ich seh gar nichts. Also nach links. Und Gnu ist irgendwo in einer anderen Dimension. Ich will jetzt gerade ausgehen. Alle in einer anderen Dimension, ey. Oh mein Gott, ich hab so einen Raum mit drei Xen nebeneinander gefunden. Ein Raum mit drei Xen, dann war ich das. So eine Lore und alles. Oh nein, da ist wieder dieser Kackgegner. Da komm ich nicht lang. Ja, aber wo bist du denn dann hin bei den ganzen Xen? Einfach nur den Weg lang, weiter lang außen rumgelaufen. Ja, da kommen keine Xen mehr. Ja, aber du kommst dann dahin, wo ich jetzt bin, wo diese Tür ist. Problem ist, da wo ich hin muss, ist ein Scheiß-Gegner. Na, wenn wir zu dritt wären, könnten wir den ablenken. Ja, und das ist das letzte Problem. Okay, jetzt seh ich ganz am anderen Ende des Ganges nochmal ein X. Also sehr... Egal, das schickt mich gerade so krass hier. Jetzt läuft der Sack vielleicht vorbei und dann kann ich nochmal... Ah gut, er läuft vorbei, dann kann ich in die Richtung düsen. Mann, dass der Schrank uns aber auch getrennt hat. Ja, ich komm halt auch nicht mehr zurück. Ich bin jetzt irgendwo wieder im Labyrinth. Ohne Xe, ohne alles gerade. Ohne komplette Rotierung. Jetzt bin ich in einem Raum, wo die ganzen Lichter sind, aber das sind keine Xer. Also das ist der andere Raum mit den Lichtern. Jetzt bin ich wieder bei einem anderen Schrank, aber einen, den wir nicht markiert haben. Ich geh einfach mal da rein. Ich hab... Vielleicht sind das wirklich verschiedene Dimensionen. So, jetzt laufe ich mal in die Richtung, die ich muss. Ich find, ich seh kein einziges Kreuz mehr. Jetzt sag nicht, die lösen sich wieder auf. Das wär auch mies. Da ist der ja schon wieder, das gibt's doch nicht. Ich komm mir nicht vorbei wegen dem. Bei einem Xe seh ich noch. Ich seh hier kein einziges Kreuz. Oh Mann. Ich bin wieder bei einer Lore, die gelootet ist. Aber hier ist kein Kreuz, nichts. Ich bin total verloren. Oh, hier ist Dead End. Also ich muss jetzt... Ich weiß, wo ich lang muss. Ich komm nicht da vorbei wegen diesem Arsch. Ja, dann geh doch mal woanders hin. Markier das alles schön für uns. Und dann vielleicht können wir uns ja irgendwie treffen. Habe ich ja, die Tür ist ja markiert. Ich find ja, ich... Also hier bei mir ist keine einzige Markierung. Jetzt bin ich wieder in irgendeinem Laden, wo es wieder Mandelwasser gibt. Das ist zwar super nice. Hier ist auch ein Raum komplett unlooted. Also wir müssen uns mit dem Gedanken abfinden, dass wir gerade nicht quasi auf derselben Map sind. Das glaub ich nicht. Nein, das glaub ich nicht. Weil ich hab ja ganz kurz Xe gesehen. Okay, oder dann nochmal ein Teil, der so... Der so weit... Irgendwie der... Wir sind doch alles abgelaufen. Das kann doch gar nicht sein. Also ich lauf hier gerade so lange und es hier sind ungelootete... Ich hab die Arbeiter. Was? Ich hab die Arbeiter. Okay, dann warte ich jetzt bei der Tür. Und wo ungefähr... Wie kommt man da hin? Was muss man da machen? Der Weg, den ich dir beschreiben kann, fängt halt da an, ab dem der Schrank mich woanders hingeportet hat als dich. Weißt du, ich hab eigentlich eine gar nicht so schlechte Orientierung. Aber hier drin ist es quasi unmöglich, weil jeder Gang halt exakt identisch ist. Ich weiß, wie du beschreiben soll, Bro. Also ich bin auf jeden Fall bei einem Locker-Room vorbeigekommen, der noch komplett ungelootet war. Kein einziges X, seitdem ich aus dem Schrank wieder raus bin. Also alle, die sind alle nur von mir. Kein einziges X von irgendjemand anders. Und jetzt sind auf einmal diese Arbeiter da. Okay, hier bin ich eben gerade im Kreis gelaufen, weil jetzt bin ich wieder bei dem Dead End. Das ist hier der Weg zu dem Spinn. Ich kann den Schlüssel nicht nehmen, da steht You Need Permission. Oh je, brauchen wir noch einen dummen Zettel? You must be the new guy. Oh, ich hab hier ne... Ich hab hier ne... Dings mit dem. You must be the new guy. Feel free to grab whatever you need. Ah, jetzt kann ich den Schlüssel nehmen. Okay, ich muss den das anlabern. Okay. Oh shit, also ich bin jetzt in der Zwickmühle. Ich komme nicht raus. Ja, aber was ist denn bei dir? Bei dir ist die Tür genug. Bei mir ist die Tür, ja. Ich hab bis jetzt kein einziges, kein einziges rotes Kreuz gesehen. Kein einziges. Die Tür findet ihr, wenn ihr... Oh shit. Wenn ihr ganz nach außen geht. Also es gibt ja immer diese... Wie soll ich sagen? Da, wo die Wände rund sind. Da, wo man zum Beispiel Gänge nicht mehr gerade geht, sondern wo die sich biegen. Wo es nicht nach links und rechts geht, sondern nur in eine Richtung. Dann seid ihr ganz außen. Wenn ihr ganz außen seid, müsst ihr einfach nur rumlaufen, weil da bin ich die ganze Zeit und da ist die Tür. Weil du läufst dann von Ecke zu Ecke. Also du hast dann vier Ecken, die dann einfach nur rund verlaufen. Ist halt ne Rennerei, aber so kommt ihr zur Außentür. Das kann man sich ja im Prinzip vorstellen wie so ein Riesen... Wie ein Cube. Wie ein Film Cube. So ein Riesenquadrat, was halt in verschiedene Linien unterteilt ist. Ja gut, ich bin jetzt in der Außenlinie und... Ja, das ist riesig. Und das Problem ist, dass halt jetzt überall diese Schweine hier rumlaufen. Bei mir ist gar nichts mehr. Weder Schweine, noch Kreuze, noch sonst irgendwas. No Piggies. Piggie, Piggie, Piggie. Ey, ich komm hier doch nie wieder aus diesem... Hier ist wieder ne Lore gewesen. Die ist auch umgelootet. Ich pfeife jetzt einfach die ganze Zeit. Und da läuft halt die ganze Zeit der Typ jetzt rum. Ich höre bis jetzt also nichts an Pfeiferei. Bin ich jetzt wieder da hinten beim Dead End gleich? Bin ich jetzt wirklich einmal diesen... Bin ich auf dem selben Server? Ja. Du hast ja Riesy gefunden. Der Ries. Riesy, Riesy, Riesy. Sorry, mein Essen kam gerade. Bin back. Alles gut, ich hab nur deinen Namen gesungen. Ich laufe jetzt eigentlich immer wieder an diesem Rand entlang. Wisst ihr, was vielleicht mehr bringt, wenn wir uns mal alle oben bringen lassen? Also ich hab den Schlüssel. Ich versuch einfach, diese Tür zu finden. Ich laufe jetzt außen lang, bis irgendwann eine Tür kommt. Genau. Die Antwort liegt ja auf mir jetzt. Sieht die Tür denn irgendwie besonders special aus? Warte mal. Ist hier ein Wegweiser? Spray hier jetzt nochmal. Hat jemand beim Pfeifen gehört? Nee. Okay, Leute. Ihr müsst mir vielleicht mal kurz helfen. Ich stehe jetzt hier gerade an einem Wegweiser. Oh, ich hab ein Kreuz. Endlich. Nach all den Jahren. Da ist, ähm... Ries sollte gleich die Kreuzung kommen. Genau. Und dann steht da links. Da steht halt, da steht halt Ausgang nach links. Und dann steht aber das gleiche Schild, das gleiche Schild auf dem Kopf, zeigt nach rechts. Also R-Kach hat links. Ey, ich bin wieder in diesem Gang, wo es dann quasi zum Spind geht. Naja, ich mein zum, zum Harry-Potter-Schrank. Da bin ich jetzt. Okay. Ich geh jetzt genau in die andere Richtung. Oh je. Also, äh, Laiky sagt links. Ries sollte gleich, äh, an die Kreuzung kommen. Dann sagt er links. Okay. Ja, ich lauf mal weiter. Also da, wo quasi das, äh, das Schild halt richtig rumstand, da lauf ich jetzt gerade lang quasi. Ja. Boah, hol uns hier raus. Das Level macht einen mir wirklich geisteskrank, ne? Das ist ja... Hirnschmelzer. Das ist ja furchtbar. Du bist ganz außen, oder? Ich? Ne, Ries? Ja, ja. Ich hab halt gerade einen ewig langen Gang, ich weiß nicht. Boah, ich bin so am Ende. Meine Sanity ist am Ende, deswegen lädt sich auch nicht mehr meinen Laufbalken. Jetzt bin ich in so einem Raum wieder mit Kreuzen. Ich hab also auf jeden Fall Kreuze gefunden. Einen Raum, aber. Noch mehr Kreuze. Bin ich jetzt nicht wieder beim selben Kreuz? Erst Kreuz. Ich renne doch im Kreis, oder? Ne. Kann ich da was mit der Hacke machen? Ich glaub, ich bin falsch. Das macht einem wirklich irre. Das macht einem wirklich... Also die Leute, die das Video angucken, tun mir echt leid. Stimmt, das mit ihr ein Video bei euch. Voll vergessen. Sorry. Ich bin irgendwo, wo auch gar kein Leben existiert. Auch diese Viecher sind nicht mehr hier. Ja, bei mir auch nicht. It's all gone. Komm schon, Rhys. Du bist so nah dran. Du hast immerhin schon mal eine Markierung gesehen. Nee. Also ich hab einen Wegweiser gesehen. Ja, aber das ist ja schon mal was. Also, wie gesagt, sobald ihr ganz nach außen kommt, könnt ihr meine Kreuze nicht übersehen. Ich hab jetzt alles voll gesprayt hier am Außen. Es sind immer vier Kreuze nebeneinander, dann war ich's. Bin ich überhaupt ganz außen? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht mal einschätzen. Sobald du vier Kreuze nebeneinander siehst, ja. Und ich hab auch immer die Säulen in der Mitte komplett ringsherum gesprayt. Wenn ihr die seht, seid ihr richtig. Dann müsst ihr nur die Gänge entlang und kommt zur Tür. Aber ich glaube, ihr seid irgendwo noch dazwischen, in den Zwischenräumen. Also ich bin in die Richtung gelaufen, in der ihr das Schild gezeigt habt. Ich muss jetzt noch kurz hier so einen Mock mal kurz weghalten. In den Zwischenräumen, wie soll ich denn auch weiter nach außen kommen? Ich spraye jetzt einfach auf den Boden. So, Moment. Aber jetzt geht gar nicht. Immer okay. So, ich spraye jetzt X an den Boden. Ah, come on. Ich bin wieder im Startgebiet. Ich bin wieder im Anfangsraum. Das gibt's doch nicht. Es geht nur manchmal am Boden. Fuck, er geht nicht weg. Er geht nicht weg. Verpiss dich, du Hund, Alter. Ich fick deine ganze Familie. Oh, okay. Sorry. Oh, das ist... Ah, und Monetarisierung. Aber hier steht lockt. Hier steht lockt. Ich bin an der Tür, wo lockt steht. Ja, sehr gut. Das sind auch Kreuze. Jetzt geh raus. Erlöse mich aus diesem elenden Drecksgang. Hier ist Efeu. Das sind aber gar keine Kreuze gewesen genug von dir. Hä? Dann ist aber eine andere... Exit ist covered. Exit ist covered. Okay, ja, aber... Ich kann nicht raus. Doch, doch, doch. Ich kann nicht raus. Doch, 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 doch. Ich kann's. Ah, du hast was anderes, das wir brauchen, oder? Bei mir ist Loading. Oh, nice. Ich bin stuck. Ich bin stuck. Ich kann nicht weg. Oh, nice. Ich glaube, wir haben's. Oh, wir haben's. Oh. Oh, das war jetzt aber heftig. Oh, mein Gott. Ich will da nie wieder rein. Ich auch nicht. Das war furchtbar. Jetzt haben wir noch ein Level, ne? Echt? Sollen wir reinglotzen? Klar, müssen wir. Ey, wir spielen das Ding einfach durch, ohne ein einziges Mal irgendwas zu craften. Wir können ja jetzt Crafty Craft machen. Ich muss jetzt mal erstmal ein bisschen was verkaufen. Ja, ey, lass mal Sachen verkaufen. Jetzt haben wir noch viel Cash, oder? Finally. Wo ist denn der Shop? Ich hab so viele Batterien, die verkaufe ich jetzt mal ein paar von. Wir müssen uns eine Taschenlampe machen. Das wäre natürlich nicht schlecht. Und ich brauche unbedingt Almond Drinks. Habt ihr noch was? Ich hab noch einen. Einen Almond Drinks? Boah. Da wäre ich sehr dankbar. Aber ich brauche, glaube ich, das Geld für den Pass, ne? Achso. Oder wir müssen das halt nochmal durchspielen und direkt ins nächste Level hoppen. Will das jemand? Oh mein Gott. Die kosten ja ein Vermögen. So viel Geld hab ich gar nicht. Und mit diesen Paketen, da weiß man nicht, was drin ist, gell? Du brauchst 4000 Cash. Oh, ich seh's. Was brauche ich mit dem C3? Ja, wir brauchen jetzt drei. Also 1000 Cash. 4000 kriegst du halt alle. Was machen wir mit dem Paketchen? Dann gibt's ja noch Level 4 und Level 5 sind die schon im Spiel drin. Das weiß ich leider nicht. Was mach ich denn mit den Paketchen, die ich mir geholt hab? Ja, keine Ahnung, will ich aufmachen. Aber wie? Kann ich's vielleicht raushauen und dann irgendwas damit machen? Ah! Pick up, inspect. Was ist da drin? Guck mal, du kannst dein Mask-Filter improven. Hm. Kann ich irgendwas kraften? AC drücken? Look at me. Warte, was ist das? Was hast du jetzt da getroppt? Hey! Nein, ich geb's dir gleich wieder. Oh, schick deinen Helm. Ich weiß nicht, was man damit machen kann. Also ich kann's nicht... Vielleicht irgendwie fürs Crafting? Hm. Wahrscheinlich. Aber für was? Ah, guck mal hier. Das ist für... Für... Aufgaben. Die musst du an den Typen wahrscheinlich abdrücken, wenn du die Aufgabe hast. Oh, nee. Okay, Freunde. Ich hab jetzt auf jeden Fall ein Foto mal gecraftet. Ein Futterapparat. Oh, nice. Ich hab nur eine Taschenlampe jetzt. Und ich hab noch so eine Stufe 2. Ach, sieh mal an, wir haben einen Container. So, lass mal gucken, wie viel krieg ich für diese Kackseile. Gruppencontainer. Genau, den Gruppencontainer. Was ist... Wie viel gibt's dafür? Für Iron? Das will er gar nicht, die Sau. Iron müssen wir ja schmelzen. Aber wo geht das? In irgendeinem Container, den man erst halt wieder aufmachen muss? Oder? Hm, fand ich frustrierend. Dann hast du gerade mal deine Schulden abgepackt, abgestottert. Ja, das ist schon brutal, das Spiel. Da kriegst du nichts geschenkt. Nee. Ja, haben wir jetzt überhaupt genügend Geld? Nee, ne? Wir können eigentlich jetzt gar nicht weiterspielen. Vielleicht müssen wir einfach nochmal kurz ins... ins erste Level rein. Und einfach nochmal ein bisschen... einfach noch ein bisschen collecten. Wie viel brauchen wir noch? Okay, 30 Plastik. Haben wir da hinten noch genügend Plastik? Okay, ich könnte 30 Plastik kombinden und... Ich hab noch 10. Ich hab auch noch 8. Oh, aber das krieg ich hin. Hier, ich hau dir das mal hin. Ich hau dir das mal hin. So, das hab ich jetzt... ...combindet. Combine. Jetzt müsste ich eigentlich zu dem Typen hin und das ihm geben können, oder? Und track delivery. Combine it. Ach, hier, wir können verschiedene Missionen auch mal machen hier anscheinend. Moment, hä, was soll ich jetzt damit machen? Get to the job bar. Wer kriegt denn jetzt die Aufgabe? Get to the job bar. Guck mal, ich hab jetzt hier, ähm, 30 Plastik turn into Mac-Contract-Handler und das ist doch der Mac-Contract-Handler, oder? Ja. Ja. Oh, dann kann man ihm vielleicht mal ein Paket geben. Ja, ja, der nimmt diese Paket... Ah, ah, warte mal, hier ist ein App. Kann ich da was hinlegen? Moment, ich glaub, ich weiß, wie's geht. Nee, er will das nicht. Doch, hier. Tausend gibt er mir dafür. Wie geht das? Weil, wenn ich jetzt sag, show me what you've got, dann... Du musst das in die Hand nehmen und da auf die... ...fläche legen. Will er nicht. Ciao, probier du's mal. Das ist ja ein Witz. Das ist ja ein Hohn. Doch, hier, zack. 300 hab ich jetzt bekommen. Aber warum geht das bei dir? Weil ich cool bin. Hm. Aber jetzt hab ich doch den... Kann ich mir doch den Dreierpass holen damit, ne? Ja, probier mal. Ja, hab ihn. Fürs Team! Yeah! Fürs Team! Junge, bist du geil, Mann. Die Levels muss man sich ja quasi immer kaufen, gell? Muss sie kaufen, ja. Das kann ich hier hin. Wie viel hat der jetzt gekostet, Level 3? Tausend. Tausend. Oder man kann halt wohl direkt, wenn man eins geschafft hat, rübersteppen ins nächste. Oh, Freunde, das wird jetzt ein Labyrinth, so ein Outdoor-Labyrinth. Ah, geil, Mann. Mal sehen, was es da drin gibt. Kleine freie Knus. Ah, auf die Ablage legen. Ach so, ich hab sie in das Fenster gezogen. Oh nein. Oh nein, das sind die Hunde. Oh, habt ihr eine Axt dabei? Äh, ne, nur eine Pickaxe. Ey, ich hab ne Axt dabei, ja. Die brauchen wir nämlich hier. Hier steht, wir müssen damit Busch zerhacken. Gear Hound. Once a human, these entities have been mutated by the mysterious Hound-Virus. Stimmt. Safe Zone. Oh mein Gott, du bist wieder nicht bei uns. Also da, wo das Licht rot leuchtet, ist Safe Zone. Safe Zone ist rot. Und? Oh nein, Leute. Ich will sie pfeifen. Echt? Ruhig auch, ich auch. Ey, Kistja, du hast die Taschenlampe, ne? Ja. Du kannst den stunnen, indem du ihn direkt hell in die Augen leuchtest. Okay, die Sau mach ich fertig. Komm bitte zu mir rüber, könnte ich durchhacken. Ich hab keine Hacke, da geht wahrscheinlich nur irgendwie bestimmte Büsche. Ey, das ist ja die Hölle hier. Also das ist wirklich... Oh, das ist doch schlimmer jetzt. Das ist wirklich schlimm. Boah, das ist richtig übel. Jetzt hast du wirklich gar keine Orientierung mehr hier. Ende. Okay. Oh Gott, ruhig wahr. Habt ihr ein Spray dabei? Hast du ein Spray dabei? Ne. Ja. Das ist leer. Ach, die gehen leer. Oh mein Gott, das ist ja richtig mies. Ich schwöre euch jetzt meinen Weg. Du bist nur hier. Wer ist das? Das bist du. Das bin ich. Boah, das ist ja richtig psycho. Wo ist denn rotes Licht auch? Das wär auch mal interessant. Leute? Wahrscheinlich irgendwo... Boah, was war das denn? Alter! Hier! Au! Holy! Hä? Hier! Au! Hä? Auf den Haken hier getreten. Auf den... Auf den Rechen. Bro, what the fuck? Tingle Tangle Bob mäßig. What the fuck? Ich glaube, ich höre euch laufen. Oder es sind Gegner. Oder! Das seid ihr, ne? Was müssen wir hier machen? Die Pfeifen. Die ist irgendwo da hinten. Oh, hier diese dumme Wand. Ich will zu euch. Ich will ins Mutterschiff. Was ist das denn hier? Ein Setzling. Ich sehe Feuer. Lauf mal zum Feuer. Ja, Moment aber. Du bist auf der anderen Seite der Hecke. Hier. Jaaaa. Aber wo ist jetzt Reese? Wir haben es schon wieder geschafft uns zu verlieren. Nein, das gibt's doch nicht. Ah, warte, warte, warte. Ich habe einen Mülleimer gefunden. Oh, warte. Hier ist ein Busch. Oh, Feierzeug. Ja, aber wo ist jetzt Reese? Hier. Ich pfeife. Oh Gott, ich bin schon wieder auf diesen Drecksrechen getreten. Hier, hier, hier. Mein Gott, Alter. Okay. Haben wir uns alle drei jetzt? Nein, nein. Der Glo ist irgendwo da hinten. Aber da geht's nicht. Da kommt man nicht durch. Okay. Wir sind hier. Ich habe Angst. Oh, was war das denn? Oh Mann. Hier, da. Guck, der leuchtet's. Da muss irgendwo sein. Jaaaa. Finally. Alter Schwede. Okay. Da, guck mal. Hier ist ein Busch. Kannst du den zerhacken? Hm. Hast du ein paar Streichhölzer? Naja. Doch. Hier. Okay, ja. Da fallen jetzt Blumen raus. Ich sammle jetzt Flügel. Genau. Davon brauche ich 20 Stück. Dankeschön. Dann kann ich wieder kombinden und wieder an den... Oh, da hinten ist ein rotes Licht. Oh, oh. Oh, wo? Oh, was war das denn? Oh mein Gott. Was war das denn? Hilfe. Smiler. Smiler. Hier, könnt ihr es sehen? Da. Ja. Den müssen wir doch angucken, oder? Das rote Licht. Da müssen wir hin, ne? Das ist die Safe Zone. Ja. Ist das die Mission, da hinzukommen? Ja. Ich glaube schon. Boah. Aber ich glaube, da sind wir nur sicher. Aber die Frage ist, ob wir wieder irgend so ein Alarm ausgelöst, würden wir dann in der Safe Zone sein? Lass uns einfach zusammen bleiben. Ja gut, dann mir Nachricht auf die Taschenlampe. Rhys, bist du da? Rhys? Bin da, bin da. Okay. Was ist das denn hier? Guck mal. Was ist das? Kann man das anzünden? Probier's mal. Probier's mal. Ist das so ein Anzündnest? Schmeiß mal was dagegen. Hm. Hm. What? Was ist jetzt los? Ich bin im ersten Level. Ihr könnt euch da reinporten. Äh, 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 äh. Was? What? Macht mal nicht. Oh mein Gott, jetzt bin ich auch im ersten Level. Nein. Komm zurück! Man kann nicht zurück. Was? What? Aber wir sind auch nicht am gleichen Ort. Nee. Ich könnte nicht mehr zurück. Irgendwo gelandet. Oh. Oh nein. Äh, kannst du mit deiner Taschenlampe noch rüberschmeißen? Du musst zu uns kommen. Soll ich? Ja klar, was haben wir jetzt für eine andere Wahl? Wir können hier nur ein bisschen was, äh, grinden wahrscheinlich, ne? Oh nein. Okay, ich komm. Warte, ist einer von euch? Ja. Das war ich gerade. Warte. 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 Wie ist das so lustig einfach? Ich hör euch überlaut. Ich hör euch. Ich hör euch. Ich hör euch. Ah, hier, 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 hier. Aber hier gibt es echt viel Loot. Ja. Ja okay, dann nehmen wir einfach den Wink des Schicksals hier. Hey, hier geht ne Tür auf. Oh, Loot. Loot, 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 loot. Ja, aber brauchen wir jetzt wieder eine Leiter? Oder ist die Leiter noch da? Das wäre natürlich extrem geil, wenn die Leiter noch da wäre. Das wäre natürlich extrem nice. Ist wieder eine Tür? Ey, dieses Spiel ist wild, man. Das ist irgendwie geil, aber... Ja. Es folgt so gar keiner Logik hier irgendwie. Mein Tier war ich auch. Hä, ist das überhaupt das erste Level oder nur so ein kleiner Abschnitt? Ja, vielleicht ist es doch was anderes. Das kann ja natürlich auch sein. Weil hier zu viele Türen irgendwie... Da war ich schon überall dran. Ich brauche so viel... Hier geht es auch nochmal. Hinter der Tür. Gibt alle beiden Fashion-Helmen an. Ja, weil bis jetzt finde ich ja gar keine Bretter. Nee, ich glaube, dass das was anderes ist wahrscheinlich. Oh, ich habe jetzt die Axt. Ich bin hier an so einer Stelle, wo man Bretter wegmachen muss. Bin in einem Raum, der komplett rot leuchtet. Wie bist denn da? Äh, ich bin schon wieder verloren. Wieso seid ihr immer so schnell weg? Hier. Ich kann so eine Lüftung... Hä? What? Level 0? Wurden jetzt rausgeschmissen? Wir sind jetzt glaube ich wieder in der Hecke, oder? Keine Ahnung. Ich habe Black Screen. Also ich hatte einen roten Raum und da war so ein Lüftungsschacht, da konnte ich drauf F drücken. Und habe ich gemacht. Jetzt sind wir wieder im Startlevel, oder? Das ist ja einfach nur noch krass hier. Ich weiß nicht. Ich habe immer noch Black Screen. Hä? Jetzt bin ich auch in so einem roten Raum. What? Jetzt bin ich in einem weißen Raum mit weißen Tapeten. Ja, aber hier sind Bretter. Hier sind Bretter. Hier sind Bretter. Oh oh. Waren wir davor bei so einer Tapete? Nee. Nein, nein, nein. Habt ihr auch diese weiße Tapete mit... Ja, mit so einem Muster halt. Ist das vielleicht jetzt dieser Partyraum? Da war doch auch der Teppich rot. Wir sind auf jeden Fall in einem neuen Level jetzt. Ich bin verwirrt. Okay. Hier ist sonst nichts. Lass mal versuchen. Vielleicht können wir das nochmal gegenseitig wieder finden. Okay, das ist ja... Das Spiel ist richtig umfangreich irgendwie, ne? Ja, voll krass. Die Verwirrung ist verwirrt, ey. Oh, hier stehen aber jetzt auch wieder diese Flowers vom Labyrinth... vom Gartenlabyrinth-Teil gerade, die ich auch noch hacken kann. Also irgendwie hängt das so zusammen. Tja, das ist halt der Backroom-Effekt. Ja. Hä, wie kommt man hier überhaupt raus? Hier lang, oder wie? Vor allem vorhin hat es ja auch einfach so eine Zeit so gesehen abgelaufen. Gern? Was meinst du? Das ist ja irgendwie wie eine Art Zeit abgelaufen vorhin. Da wurden wir jetzt hier reingeschmissen. Nee, nee, er hat hier irgend so einen Raum freigeschlagen. Achso. Weil ich da irgendwie... ein Lüftungsstand aufgelaufen. What? Okay, das ist irgendwie... Ja, das sind... Da ist auch wieder so ein Busch mit Blumen. Also ist doch noch irgendwie was mit Labyrinth. Ist das weird. Gibt's hier einen Gegner, oder? Bestimmt. Wunder Pro. Irgendwie kommen wir hier raus. Weiß nicht. Einfach mal weiter suchen. Vielleicht brauchen wir wieder Reezy mit seiner Axt. Oh, hier hat's wieder Bretter. Ich hol mal die Bretter. Ja, mach das mal weiter. Es muss ja hier dann gleich wieder irgendwie einen Raum geben, der uns dann irgendwo hinbringt. Und wo ist jetzt wieder Gnu? Oh, hier. Ich hab grad das Ding eingesammeltes Brett. Da welche liegen, glaub ich fast wieder, dass wir die brauchen. Aber wie ist das jetzt alles so rot? Ich weiß es nicht. Vielleicht Ausnahmesituation. Was lernen wir daraus? Nicht irgendwelche Glühwürmchen anpressen. Ja, das war keine kluge Idee. Ja, wer kann denn ahnen, dass wir einfach in ein anderes Level geportet werden? What the fuck? Ich dachte eigentlich, vielleicht ist das halt in dem Level so eine Safe Zone. Ich dachte, es wäre vielleicht Glut. Keine Ahnung, es gibt ja auch diese Mottenmarmelade und sowas alles. In den Backrooms. Ja, stimmt. Somebody dodged a Firefly. Ey, das ist ja riesig. Oh, schau, hier. Pfeift's hier gerade? Ja. Ja, okay, dann sind wir in der gleichen Ecke. Das ist gestört. Hier, 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 hier. Ja, 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 ja. Okay. Aber wie kommen wir jetzt hier raus? Ey, das ist... Da hab ich überfragt, Mann. Hmm. We got a problem, my friends. Okay, also der Bre schreibt, das scheint Level 0 zu sein, nur mit anderem Licht. Hmm. Weiß ich nicht. Es kann schon Level 0 sein, nur mit anderem Licht. Aber wir finden halt auch extrem wenig Bretter. Also, müssen den Spot mit der Leiter suchen anscheinend. Und die ist anscheinend auch da. In dem Loading-Screen stand halt so Level 0. Und da stand halt 0,1, also in Binär-Code irgendwie. Vielleicht haben wir irgendwie... Haben wir irgendwas ge-crackt auch da sehen. Was war das? Nimm Kno! Oh Gott, das ist ein anderes Monster, oder? Oh mein Gott, wo bist du? Wo bist du? Ich bin stehen geblieben und hab mich hier versteckt. Das war ein anderes Monster, oder? Oh Gott! Es frisst mich! Ich kann nix machen! Ich bin tot. Was war das? Dieser Hund? Ja. Der Hund? Oh, minus 200. Cashews. Das tut weh. Ich hör den Hund auch noch. Auch. Okay, dann haben wir... Es ist doch nicht irgendwie 0,1. Okay, der Hund ist hier bei mir. Ich seh ihn. Ich seh... Ich hör ihn auch. Habt ihr mal einen Pfeifen gehört? Ich hör nämlich hier einen Hund atmen. Ach, ich hör's. Mach nochmal. Oh mein Gott, da ist Spaghetti, Mann. Alter. Ich hör sonst jetzt mehr Gegner. Kack, ich bin sowas von am Schein. Was? Oh Gott, ich bin tot. Der kann neue Spaghetti-Moves. Machst mich da rein. Machst mich da rein. Oh Gott. Oh. Hilfe. Ich bin gefickt. Ich bin Renten der hinterher. Mir, 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 mir. Ich werd ihn auch nicht los hier. Ja. Fuck, genau. Es war nicht gut, dass wir hier drin gelandet sind. Nee, Mann. Können wir irgendwie resetten oder so? Nee. Wir können nur hoffen, dass alle den Ausgang finden. Ja. Ich komm nicht weg. Ich hab einen Elefant vor meiner Haustür. Ich hab hier nochmal Bretter, die wir zerschlagen können. Das ist aber nicht der Ausgang. Der Ausgang war bei den, diesen, diesen runden Säulen, halt diesen großen fetten runden Säulen. Da hab ich den gefunden. Okay. Einfach so ein Busch, der hier rumschillt. Ich hab hier ganz viele Säulen, aber das wird's nicht sein. Ich trau mich nicht raus. Oh Gott. Okay. Vielleicht ist da hier irgendwas? Ich hab auch nochmal ein Brett gefunden. Digga, es kommt schon wieder direkt der Hund. Ich respaw und der Hund kommt. Ja, aber den kannst ja wegleuchten, oder? Nur mit einer Taschenlampe. Ich hab, ich hab, ich hab nur ein Streichholz. Ah, der... Oh je. Keine Ahnung. Das ist nicht der Animierte da. Das ist so confusing. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Ich bin halt auch wirklich durch die Gegend geirrt. Und irgendwann, bumm, bada bams, war ich vorm Ausgang gestanden. Ah, jetzt bin ich an dem Spinn. Ja genau, okay, den kenn ich. Boah, da kommen wir doch nie. Nie wieder raus. Das ist ja schlimmer als das Minenloch. Ja. Ja, aber auch das haben wir geschafft, Mann. Wir kriegen das hin. Oh. Ja, und dann müssen wir aber auch nochmal ins Heckenlabyrinth. Oh mein Gott, das ist gruselig. Wenn dich da irgendwas anderes anpfeift. Wir müssen aber pfeifen, um uns zu finden. Digga, schon wieder der Hund? Oh Gott, bei mir ist was ganz nah. Hört ihr mich? Nein, ich hör was anderes. Ne, Mann. Da ist wieder ein Raum mit Brettern. Also, ich bin jetzt in einem Raum, wo es einfach unendlich weit in alle Richtungen geht. Wenn ihr da irgendwo seid. What? Ich hab hier ganz viel Bretter. Die nehm ich jetzt alle mit. Ich hab hier ganz viele... Oh, ich hab Benzin gefunden. Ich auch schon ganz viel. Ganz viel Elmenmilk. Oder zum Looten ist es ganz gut. Ja, Loot gibt's hier ne Menge. Und jetzt wohl auch den fortgeschritteneren Loot. Leute. Ich hab Angst. Ey, hier sieht jeder Raum doch... Also, jeder... Gang sieht doch irgendwie gleich aus. Das gibt's doch nicht. Ja, furchtbar. Jetzt noch mit dem roten Licht hab ich überhaupt gar keine Orientierung mehr. Weil davor konnte ich wenigstens noch sagen... Okay, das ist der Bereich, wo es so ein bisschen dunkler wurde. Weißt du? Aber jetzt... Ja. War nicht. Alles gleich aus. Ja, furchtbar. Wirklich furchtbar. Ich hasse es. Was denn? Oh, ich bin in dem Raum mit den Säulen. Wie du's gemeint hast. Ja, so fetten... Richtig dicke Säulen sind das. Ja, ja, ja. Ich bin da. Und da in diesem Bereich bin ich relativ schnell dann zur Leiter gekommen. Das war dann so... Ich hab ne Axt. So ein großer Raum und am Ende hab ich die Leiter platzieren müssen. Okay. Und wo? Irgendwo an der Wand? Das war sehr offensichtlich. Das war... Quasi wie so ein Gang. Und dann kam halt riesiger Lüft... Lüftungsschacht. Da musste die Leiter davor hin. Und wenn die da immer noch steht? Okay, weil ich bin jetzt hier in dem Raum mit den riesen fetten Säulen, wie du meintest. Dann such ich jetzt mal. Ich bin im Raum mit ähm... Mit ganz, ganz vielen Säulen, die alle so ein bisschen größer sind als normal. Okay. Ja, so richtig ist es wie so Fässer im Endeffekt. Sehen die schon fast aus. Genau. Also es fällt schon sehr auf. Richtig und. Trink mal kurz, dass ich sie nicht durchdreh. Dann gucken wir mal. Irgendjemand steppt hier durch die Gegend. Also irgendein Vieh. Ich bin die ganze Zeit so ganz leicht in der Ferne... ...dem Teppich. Oh nein. Ein Spind. Ich hab hier irgendeinen Basser bei mir. Der hat zurückgepfiffen. Alter, ich hab gepfiffen und ne Glühbirne ist explodiert. Ja. Ja. Okay, ich seh mich im Kreis. So ein langer, langer Gang. War das ein ganz langer Gang? Ja, genau. So ein ganz langer Gang. Und am Ende... Hey, da schreibt uns jemand. Charlie. Wer ist Charlie? Keine Ahnung. Das wär natürlich jetzt clever, wenn das Spiel irgendwie so... ...dich ablenken will. Ja, das wär nice. Das wär richtig. Ja, das sind jetzt überall Säulen. Also diese... Und du bist durch den Gang durch? Ich weiß es nicht immer. Am Ende war halt so ein Schacht. Ein großer, der war natürlich hoch... ...an der... ...an der Wand. Am Ende diesen langen... ...dieses langen Ganges? Ja, am Ende von dem Gang. Okay. Soll ich mal pfeifen? Ich hab's. Oder? Sind da noch so ganz andere hohe Säulen? Nein. Weiß ich nicht mehr. Ich hab mir das nicht gemerkt. Gott, ich lauf jetzt mal lang. Am Ende war halt ein Lüftungsschacht. Leiter davor, zack, hoch. Fertig. Psst. Oh fuck, ich muss umdrehen. Oh nein. Alter, ich hör doch hier irgendjemanden die ganze Zeit rumwuseln. Okay, es kommt grad ein Monster zu mir. Ich will jetzt echt nicht sterben. Nein. Stirbst du jetzt oder was? Nein, bitte nicht. Sauf dabei, während du fließt. Immer schön Saft reinschütten. Ich glaub, er ist weg. Ich hoffe es. Mann, hier explodieren die ganze Zeit Glühbeeren. Das macht mich richtig irre. Okay, ich sauch mal schnell ein Drinky, Minky. Das ist ein Wahnsinn hier. So. Gnu, jetzt hau da endlich ab, damit wir alle gehen können. Das hat so viele Gänge. Hier ist auch noch pure Stille irgendwie. Ja. Wir platzen die ganze Zeit Birnchen. Nein, das ist Monster. Oh Gott nein, bitte nicht. Oh nein, Gnu. Nein, nein, nein. Noch nicht. Ich runne um mein Leben. Ach, hier ist Ender. Hier ist auch nix. Shit, ist der Kacke Elephant. Oh shit. Er ist weg. Also der ist jetzt bei mir. Habt ihr den vielleicht gehört? Ich hör nen Hund oder sowas gerade. Shit. Oh mein Gott, nein. Da ist dieses tolle Katze. Was mach ich mit der Katze? Gar nix, glaub ich. Keine Ahnung. Die sind gerade alle bei mir. Die wollen mich einfach dort fertig machen. Irgendwo, wo wir auch noch nicht wirklich waren. Weil hier ist noch ein Haufen Zeug, das ich looten kann. Die Frage ist halt, ob das auch wirklich jetzt hier überhaupt noch ist, der Ausgang. Du, ich kann's nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich bin ja kein Hellseher, aber du bist von uns wenigstens schon mal irgendwo, wo eventuell was sein könnte. Ich bin hier verloren in den Backrooms der explodierenden Glühbirnen. Jetzt bin ich schon wieder in so einem Startgebiet gelandet. Wenn ich bisschen Meta-game und mal schau, was dieser Breda in Discord geschrieben hat. Dann meinte der den Raum, der relativ hohe Decken hat und oben an den Säulen sind Bretter, weil da war ich gerade in diesem Raum. Das ist nur wieder, ich bin da leider gefickt worden und da muss ich jetzt, ähm, bin da leider getötet worden. Und jetzt muss ich da zurückfinden, aber da sollte anscheinend dann ein Gang irgendwie sein. Ich find hier gar nichts, ich bin irgendwie... Kann mich nicht orientieren, ist gar nicht schlimm. Wo zum Geier bin ich? Ist das... Randgebiet? Oh! Hier, hier! Boah, du bist echt, ne? Ich bin echt. Okay. Wo? Ich weiß es nicht, Mann. Ich suche es auch gerade. Irgendwo hier im näheren Umkreis muss dieser Raum mit den vielen Säulen gewesen sein. Danke, es sind ganz viele Säulen. Ach, oder ne? Ja, ne. Es sah anders aus. Hm. Hm. Was ist da hinten? Ja, aber wo ist Gnu jetzt? Ja, immer noch dort, aber ich renne halt gerade die ganze Zeit... Also ich glaube nicht, dass es noch hier ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh nein. Jetzt bin ich tot. Wo bist du jetzt schon wieder hin? Ey, das ist... Jetzt haben wir schon wieder verloren. Wo bist du? Ne, 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 ne. Oh Gott, ich bin hier. Oh, eine Taschenlampe. Geil. Echt? Da war eine Taschenlampe drin? Krass. Oh nein. Ja, ich... Oh, wir hören dich. Hast du gerade gehört? Die wurde da hinten gefressen. Ne, ich lebe noch. Ja, muss aber irgendwo in die Richtung sein. Oh Gott, Hilfe, es ist so furchtbar. Hier, hier, hier. Folgt mir. Hört ihr mich? Ich seh' nicht, ich seh' nicht. Oh ja, da hinten, hinten durch. Oh Gott, es ist ätzend laut. Wo müssen wir jetzt hin? Ich bin in den Schrank. In die Richtung vom Geräusch. Dann bist du aber völlig falsch. Hä, wo bist du denn jetzt wieder? Ich hab... Hier bist du. Warte mal. Bleib mal stehen. Oh, es ist anstrengend, ey. Wo bist du? Ich... Hier, 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 hier. Aber es war doch irgendwo in die Richtung. Das Geräusch kam von mir, von hier hinten. Bei mir. Von hier. Sollen wir pfeifen? Ja. Ich meine irgendwo hier. Pfeif mal. Mach ich. Jetzt bist du wieder tot, ne? Ne, ich lebe. Ich bin wieder im Schrank. Du lebst? Bei den runden Säulen, ja. Ja, hier. Ich hab was gehört. Pfeif. Hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Wisst du, ich hab doch gesagt. Irgendwo in die Richtung. Da, es wird lauter. Ja, ja, da ist der Säulenbereich. Oh Gott, ja, endlich. Oh mein fucking God, Bro. Also, dann hoffen wir. Weiter pfeifen, weiter pfeifen. Dann hoffen wir, dass es jetzt hier ist. Jetzt ist ganz in der Nähe. Oh, meine, das war das Vieh. Oh, oh. Lass mal alle rein hier, alle rein hier. Weil der kommt dann. Ey, sie macht zu. Alle rein hier und sie macht zu. Ich hab nicht zugemacht. So, jetzt. Ich bin nicht drin. Hast du zu dritt hier rein? Ich bin nicht drin. Nein. Doch, bei mir schon. Doch, doch. Oh. Also, das zählt. Das zählt, das zählt. Das zählt, das zählt. Der Arsch ist halt dann ab. Der Arsch ist draußen. Kannst du, wenn das hier angeknabbert wird. Genau, weil hier laufen jetzt alle Monster rum. Ich glaub, hier ist es irgendwo. Oh, müssen wir ein Foto von diesem Elefantenviech machen für die Quest? Weil ich hab echt ne Fotos dabei. Ich glaube, es war tatsächlich einfach nur dieses dumme Smile-Ding. Ich weiß nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich hab die Quest nicht dabei. Ja, wenn ich jetzt die Tür aufmache, jetzt sind wir halt alle drei am Ende. Ja, wenn jetzt einer furzt, bin ich sauer. Ich hab's euch gesagt. Steh's doch drauf. Ab in den Schrank, ab in den Schrank, ab in den Schrank, ab in den Schrank. Nein, wem was? Ihr seid so! Mach doch zu! Kiesi, höchstel Schrank. Ihr seid echt Schweine, nur damit ihr Bescheid bist. Okay, ich glaube es müsste zählen, ich hab... Da liegt ein Foto rum. Kann das jemand aufheben? Ein Picture of Nothing, ja, ne, scheiße. Ich hab nichts drauf bekommen damit. Magst du mal rausgehen, Reezy? Man sieht gar nicht so viel. Muss ich da irgendwie den Blitz erst aktivieren bei diesem Foto hier? Ich bin weg. Nein, du hast... Warte mal auf. Und? Ah, es ist direkt hinter mir. A Picture of a handsome... Oh, da ist was drauf. Guck mal, da bist du drauf. Da bist du oder ich, oder? Hahaha, gießen wir vor... Jetzt aber. Jetzt muss er doch drauf sein. Ey, ich bin gestorben! Reece! Wie, du bist gestorben? Ich bin fürs Foto gestorben! Und es hat nicht nur geklappt. Nein! Wie soll ich da je wieder hinkommen? Mach auf! Mach zu! Mach zu! Ich bin jetzt! Oh! Mann, da komm ich ja nie wieder hin! Kann man irgendwie von hier aus ins Hub? Ich wünschte! Oh, was ist jetzt? Hä? Ich habe aufgeben geklickt. Mal sehen, was passiert. Alles verloren? Ich konnte nicht mehr. Es war einfach zu krass. Ich glaube, dass wir dann alles verlieren, ja. Nö. Echt? Echt? Das war alles weg. Nein! Also, ich habe keine Axt mehr. Das ist schon mal weg. Ja, aber da wären wir ja nie wieder rausgekommen. Actually, ich habe jetzt wieder genau die Items, bevor wir ins Labyrinth rein sind. Ja, die habe ich auch. Wahrscheinlich jetzt da irgendwie gespeichert. Boah, also diese Breakrooms haben mich einfach nur gebrochen. Boah, krass. Okay, okay. Also, das heißt, man kann dann in Level nochmal in andere Level auch reingehen. Das muss man halt einmal rausfinden. Das ist wichtig. Mind Exclusivo. Ja, das ist schon ziemlich übel. Ja, ich brauche jetzt eine Pause. Wenn die Leute das mögen, dann machen wir gerne noch einen zweiten Anlauf, wo wir es durchspielen. Aber heute packe ich nicht mehr. Okay. Nee, das macht dein Gehirn wirklich zu breit. Du, du musst jetzt sagen, ab so und so viele Likes machen wir das. Ab eine Million Likes gibt es ein paar zwei. Also nie. Cool. Genau. Deswegen setze ich mich. Was für Millionen Likes. Ja, guck mal. Mach mal. Hier, also Level 0 hatten wir jetzt. Ja. Level 2. Ja. Und dann geht es direkt irgendwie hier rüber. Zu Level 3. 84 ist das Heckenlabyrinth. 84 ist das Heckenlabyrinth. Da gibt es aber immer noch was. Nummer 4 und Nummer 5. Und da gibt es gar keine Zahlen. Also keine Ahnung. Ach nee, da steht Coming Soon. Okay, das Heckenlabyrinth ist wirklich das Finale. Wisst ihr, was wir machen können, wenn wir es nochmal probieren? Wir können doch einfach unsere Community fragen, ob die mitspielen. Acht Irre schaffen es schneller. Boah. Kannst du acht spielen? Stell dir vor, acht Leute, die dann die ganze Zeit pfeifen einfach. Und du weißt nicht, ob es jetzt ein Monster ist oder nicht. Aber es wäre doch lustig. Ja, wäre geil. Gibt es hier irgendwo einen Modehändler? Kann ich mir irgendwo sexy Klamotten holen? Hier, ne? Ja. Blueprint. Maskenfilter. Also irgendwie stachel das schon so meinen Ehrgeiz an irgendwie, dass ich es schaffen will, sag ich euch ehrlich. Wir spielen es. Also ihr ne Bock habt, ich hab Mittwoch Zeit. Ähm... Mittwoch... Ja, aber dann haben wir ja eigentlich ja nur noch das Heckenlabyrinth. Ja und alles das, wo auch immer wir jetzt ja gerade drin waren. Ja. Das ist ja irgendwie noch Bonus. Ach, wer spielt sowas? Gut, Leute. Ihr habt es gehört. 2 Milliarden Likes. Tschüss.